Das glühende Gesicht eines Sterns, der einzige Stern im Universum, den wir so sehen. Dieser Stern ist unsere Sonne. Ein Inferno, das Energie, Hitze und Licht speit. Ohne unseren Stern, nur etwa 150 Millionen Kilometer entfernt, wäre unsere Erde ein Planet ohne Leben. Die Sonne ist das Zentrum unseres Sonnensystems. Die äußeren Grenzen dieses Systems bilden eisige Partikel, die sich bis auf ein Drittel der Entfernung dem Nachbarstern unserer Sonne nähern. So wie die inneren Planeten umkreisen alle Objekte innerhalb des Systems die Sonne. Pluto auf seiner gekippten Bahn, die Riesen aus Gas, Neptun und Uranus. Zwei weitere Giganten, der Saturn mit seinen Ringen und der gewaltige Jupiter. Der kleine rote Mars und die wunderbare blaue Erde sind die ersten der inneren Planeten. Dann kommt die Venus und schließlich der mit Narben übersäte Merkur. Sie alle sind Gefangene der Gravitationskräfte der Sonne. Ihr Kern ist ein Nuklearreaktor. Bei Temperaturen von 15 Millionen Grad wird dort in andauernden Kettenreaktionen Wasserstoff zu Helium verschmolzen. Das Verschmelzen von Wasserstoff zu Heliumkernen führt zu einem Verlust von Materie. Diese Materie wird als Energie freigesetzt. Jede Sekunde verliert unser Stern so 4 Millionen Tonnen Masse. Sein Energievorrat reicht aber noch 5 Milliarden Jahre. Die durchschnittliche Dichte der Sonne entspricht der von Joghurt. Der weiße glühende Kern jedoch ist 10 mal dichter als Blei. Und die Energie, die hier freigesetzt wird, braucht mindestens 100.000 Jahre, um die Oberfläche der Sonne zu erreichen. Dieselbe Energie braucht als Sonnenlicht nur 8 Minuten und 20 Sekunden bis zur Erde. Sie hält unseren Planeten am Leben. Unsere fossilen Energien sind nichts anderes als gespeichertes Sonnenlicht. Die Sonne erschafft das Klima unseres Planeten, lässt Pflanzen wachsen und nährt fast jede Form von Leben. Ein Sonnenstrahl, durch ein Glasprisma betrachtet, erzählt sehr viel über unseren Heimatstern. Das weiße Licht wird in ein Spektrum von Farben und schwarzen Linien aufgebrochen. Das Spektrum enthüllt die Zusammensetzung unserer Sonne. 70% Wasserstoff, 28% Helium und 2% schwere Elemente wie Eisen. Diese schweren Elemente sind das Erbe einer Supernova. Der Tod eines Riesensterns. Die Druckwellen reagierten mit Wolken aus Gas und Staub. Sie begannen zu rotieren und sich abzuflachen. Das Zentrum kollabierte, ein nukleares Feuer entzündete sich. So wurde unsere Sonne vor 5 Milliarden Jahren geboren. Aus der sie umkreisenden Scheibe formten sich die Planeten. Unser Planet würde mehr als eine Million Mal in die Sonne passen. Sie ist so groß, dass sie 99,8% der gesamten Masse des Sonnensystems ausmacht. Ein glühender Gasball, zusammengehalten von der Schwerkraft. Das ist die Sonnenoberfläche, die gelbe Photosphäre. In dieser nur 500 Kilometer dünnen Schale aus Gas wird das Sonnenlicht produziert. Aufnahmen der Photosphäre. Brodelnde Granulen. Jede einzelne so groß wie Frankreich. In den Granulen steigt Gas auf, kühlt ab und sinkt entlang der dunklen Linien wieder zur Sonnenoberfläche ab. Zeitrafferaufnahmen der rotierenden Sonne zeigen die Sonnenflecken. Sie bilden sich innerhalb weniger Tage und verschwinden wieder. Die Flecken, die die Erde leicht schlucken könnten, sind kühler als die sie umgebende, fast 6000 Grad Celsius heiße Photosphäre. Das dunkle Zentrum der Sonnenflecken, die Umbra, ist nur etwa 4000 Grad heiß. Die wärmere Peripherie, die Pen Umbra, misst 5300 Grad. Die vergleichsweise kühleren Flecken bilden sich durch lokale magnetische Felder. Diese verhindern, dass heiße Gase aus der tiefer liegenden Konvektionszone aufsteigen. Die Sonnenfleckenaktivitäten unterliegen einem 11-Jahre-Rhythmus. Dieser Zyklus ist bedingt durch das weite Magnetfeld, das die Sonne durchdringt und umgibt. Alle 11 Jahre kommt es in diesem Magnetfeld zu einem Polsprung. Weil die Sonne kein fester Stern ist, rotiert sie an der Oberfläche mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Äquatorregionen drehen sich in 25 Tagen einmal um die Achse, die Polregionen in 34 Tagen. Die unterschiedliche Rotation verwirbelt das Magnetfeld. Diese Röntgenbilder zeigen den Zyklus der Sonnenfleckenaktivitäten vom Maximum zum Minimum. Auf anderen Aufnahmen ein Minimum und ein Maximum der Aktivitäten. Die Oberflächenaktivitäten in der gelben Photosphäre bestimmen die Abläufe in der darüber liegenden roten Chromosphäre. Brennende Gase schießen von der Oberfläche in diese innere Atmosphäre der Sonne. Eine Protuberanz wölbt sich ins All hinaus. Wogen aus Gas blähen sich entlang magnetischer Kraftlinien auf. Von magnetischen Spannungsfeldern aufgeladen, können sich Protuberanzen über hunderttausende Kilometer erstrecken. Wenn der Mond bei einer totalen Sonnenfinsternis die Sonnenscheibe verdeckt, ist die Corona mit bloßem Auge sichtbar. Diese äußere Atmosphäre der Sonne ist wesentlich heißer als die darunter liegende Chromosphäre und die Photosphäre. Hier werden die großartigen Schleifen elektrisch geladener Gase sichtbar. Diese Satellitenaufnahmen zeigen, wie sich die Schleifen um die magnetischen Kraftlinien aufbauen. Sie können einen bis zu dreißigfachen Durchmesser der Erde erreichen. Die gewaltigsten Eruptionen der Sonne sind die Flares. Ein einziger Flair kann die Energie von einer Milliarde Megatonnen TNT freisetzen. Das ist einer der größten je beobachteten Flares. Noch einmal derselbe Flair, wie er in der Nähe einer Gruppe von Sonnenflecken ausbricht. Die Flares lösen eine Teilcheneruption aus. In Millionen Kilometer Entfernung treffen die Partikel auf eine Raumsonde. Höchstwahrscheinlich sind Veränderungen im Magnetfeld die Ursache für die Flares und Teilcheneruptionen. Masseeruptionen. Zwischen diesen Masseeruptionen emittiert die Sonne einen ständigen Strom von Gasen und elektrisch geladenen Teilchen, den Sonnenwind. Er weht normalerweise mit einer Geschwindigkeit von 400 Kilometern pro Sekunde. Aber zu Zeiten von Flares und Masseeruptionen wird der Wind zu einem Sturm. Es ist unsichtbar, aber Instrumente können das Pochen der Sonne messen. Regelmäßig, ein Schlag alle fünf Minuten. Diese Schallwellen entstehen durch Druckveränderungen tief im Inneren des Sterns. Ihre Messungen ermöglichen den Wissenschaftlern einen Blick ins Innere der Sonne. Auf der Oberfläche lassen sie vielschichtige Audiomuster entstehen. Wie alle Sterne wird auch unsere Sonne und damit das Leben auf der Erde sterben. In fünf Milliarden Jahren werden ihre Wasserstoffvorräte zu Ende gehen. Das Gleichgewicht zwischen der nach außen drängenden Strahlung und der ins Zentrum ziehenden Schwerkraft wird zusammenbrechen. Die Sonne wird sich gewaltig aufblähen. Ihr heutiger Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern wird um das 200-fache anwachsen. Zuerst wird sie den Merkur schlucken. Dann die Venus. Sie wird nicht ganz bis an die Erde heranreichen, aber unser Planet wird dann nur noch verbrannte Schlacke sein. Ohne Leben, ohne Ozeane. Nachdem Wasserstoff und Helium im Kern verbraucht sind, wird die Sonne Wolken von Gas ausstoßen. Sie wird zu einem roten Riesen. Wenn sie am Ende ihrer äußeren Höhlen verloren hat und ihr Kern bloß liegt, kollabiert sie auf die Größe der Erde zu einem weißen Zwerg. Dieser kühlt aus und verlischt zu einem schwarzen Zwerg. Dann ist unser Sonnensystem kalt, dunkel und tot. In einer Zeitrafferaufnahme. Der Planet, der unserer Sonne am nächsten ist. Der winzige, von der Sonne ausgedörrte Merkur. Um die Existenz dieses Planeten zu verstehen, muss man in die frühen Tage unseres Sonnensystems zurückkehren. Eine Scheibe aus Gas und Staub rotiert um eine neugeborene Sonne. Im Zentrum ist diese Scheibe heiß und dicht, weiter draußen gasförmig und kühl. In der Nähe zur Sonne verschmelzen kleine Teilchen, schwere Metalle mit einem hohen Schmelzpunkt. Jenseits davon sind die Partikel leichter und eisig. Die Teilchen ballen sich zusammen. Die große Scheibe zerteilt sich nach und nach in Ringe. Überall Zusammenstöße und ein Zusammenballen von Materie. Die körnchengroßen Teilchen wachsen zu Basketbällen, Häusern, Bergen. Und mit ihrer Größe wachsen ihre Gravitationskräfte, die ein Gegengewicht zu dem der Sonne bilden. Die Ringe zeichnen sich immer klarer in der Scheibe ab. Innerhalb der Ringe bilden sich Miniplaneten, sogenannte Planetoiden, die weitere kosmische Trümmer an sich ziehen und so wachsen. Aber es ist immer noch ein Chaos aus Einschlägen und Verklumpen von Materie. Je größer der Planetoid ist, desto stärker seine Gravitationskräfte und desto schneller sein Wachstum. In den fernen äußeren Regionen bilden sich Gasgiganten, die auf weiten Bahnen um die Sonne ziehen, während näher zur Sonne die dichten kleinen Planeten entstehen. Die zwischen den Orbits verbliebenen Partikel werden vom Sonnenwind davon geweht. Der Schleier eines neuen Sonnensystems ist gelüftet. Etwa fünf Milliarden Jahre später herrscht die Sonne mit dem kleinen dichten Merkur am nächsten noch immer über dieses Reich. Merkur, Venus, Erde und Mars sind die festen inneren Planeten, die terrestrischen, auf denen sich die schweren Elemente verdichtet haben. Jupiter und die anderen Giganten sind Bälle aus Gas. Dort in den kühleren äußeren Regionen haben sich die leichteren Elemente verdichtet. Nur 58 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt ist der Merkur ausgedörrt und verstrahlt wie kein anderer Planet. Benannt ist er nach dem Götterboten. Und warum nicht? Für die alten Kulturen war die Sonne selbst ein Gott. Merkur ist der kleinste der inneren Planeten. Die Erde hat die 18-fache Masse. Der Merkur hat einen Durchmesser von knapp 4.900 Kilometern. Die Erde mehr als 12.700 Kilometer. Und im Gegensatz zur Erde ist die Achse des Merkur nicht geneigt. Dämmerung über der Erde. Rechts der Merkur, darüber die Venus. Bedingt durch ihre Umlaufbahnen stehen die beiden Planeten nie hoch am Himmel. Am schwierigsten auszumachen ist der Merkur, der nur bei Dämmerung und im Morgengrauen knapp über dem Horizont zu sehen ist. Eine Änderung der Perspektive zeigt warum. Von der Erde aus sieht man nur einen Teil der engen Umlaufbahnen. Die Venus braucht 225, der Merkur nur 88 Tage für einen Orbit um die Sonne. Der Merkur quert vor der Sonne. Solche Transite sind 13 bis 14 Mal in 100 Jahren zu beobachten. Sie sind von der Erde aus zu sehen, weil die Bahnen von Merkur und Venus zwischen Erde und Sonne liegen. 1973. Aufbruch zum Merkur. Die Mission Mariner 10. Die Anziehungskraft der Venus nutzend wurde hier zum ersten Mal das heute übliche Gravity Assist Verfahren angewandt, um die Sonde Richtung Merkur zu beschleunigen. Zwei Monate nach dem Start flog Mariner in einer Höhe von 700 Kilometern am Merkur vorbei. Drei dieser Fly-by-Manöver gelangen. Es war ein Fest für die Fotografen. Gestochenscharfe Bilder aus den frühen Tagen unseres Sonnensystems. Das vernarbte Antlitz einer kleinen, öden Welt. Oben rechts der Solarkrater. Zeuge eines gewaltigen Einschlags, dessen Auswurf die kleinen Krater in seinem Umfeld schlugen. Diese Krater könnten auch auf unserem Mond sein. Eine leblose Wüste. Von oben links kommen die Streifen eines Strahlenkraters ins Bild. Es sind die Spuren eines Einschlags auf altem Gestein. Die Becken und Regionen mit weniger Kratern deuten auf eine jüngere Oberfläche, geformt von Lava in einer vulkanischen Epoche. Große Risse verraten eine Kruste, die abgekühlt und geschrumpft ist. Der Merkur hat einen verwirrenden Kalender. Ein Tag, also von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang, ist zweimal so lang wie ein Jahr. Der Merkur dreht sich extrem langsam um seine eigene Achse, während eines Orbits nur eineinhalb Mal, die Erde hingegen 365 Mal. Das Ergebnis ist, ein Merkur-Tag dauert 176 Erdentage, ein Merkur-Jahr nur 88 Erdentage. Und es wird noch bizarrer. Von der Planetenoberfläche aus beobachtet, verkleinert sich die Sonne während des langen Merkur-Tages. Der Grund ist die unterschiedliche Entfernung des Planeten zur Sonne. Der Merkur hat einen elliptischen Orbit, der einen weiteren seltsamen Effekt verursacht. Wenn sich der Merkur der Sonne nähert, beschleunigt er auf seinem Orbit. Er wird wieder langsamer, wenn er sich entfernt. Die Folge ist, die Sonne geht zweimal auf, wenn der Planet der Sonne am nächsten ist. In seiner frühen Geschichte ist der Merkur wahrscheinlich mit einem Planetesimal kollidiert. Ein solcher Einschlag hätte den Mantel des Planeten sprengen können. Das würde den extrem großen Eisenkern des Merkur erklären. Er macht 70 Prozent des Gesamtvolumens aus. Zweimal so viel wie in anderen terrestrischen Planeten. Kein Zweifel besteht an diesem Einschlag. Ein Ring von Bergen erhebt sich an einer Seite des gewaltigen Kaloris-Beckens. Es wurde von einem anderen Planetesimal ausgeworfen. Vor vier Milliarden Jahren schlug das Geschoss einen Krater mit einem Durchmesser von 1300 Kilometern. Dieser wurde später mit kleineren Kratern übersät und füllte sich mit Lava. Der Krater rann von Kaloris. Lava-Felder zu beiden Seiten. Die vulkanischen Aktivitäten werten eine Milliarde Jahre. Die letzten drei Milliarden Jahre jedoch war es ruhig auf dem Merkur. Lava-Felder umgeben das Kaloris-Becken. Kaloris bedeutet Hitze. Ein treffender Name für einen der heißesten Punkte auf dem Merkur. Tagsüber schießen die Temperaturen auf 450 Grad Celsius hoch. Nachts fallen sie auf 180 Grad minus. Radaraufnahmen lassen vermuten, dass es Eis auf dem Merkur gibt. Radioteleskope in den USA und hier auf Puerto Rico enthüllten dieses Paradoxon. Das Eis könnte tatsächlich in tiefen Kratern an den Polen existieren. Dort im ewigen Schatten der Sonne könnten eisige Überreste von Kometen überdauert haben. Das meiste Wissen über den Merkur stammt von der Mariner 10 Mission Mitte der 70er Jahre. Aber mehr als die Hälfte des Planeten ist bis heute weder kartografiert noch fotografiert. Neue Missionen sind geplant. Bepi Colombo ist eine Sonde, die von der ESA via Venus Richtung Merkur geschickt werden soll. Auf dem winzigen Merkur mit seiner hochdünnen Heliumatmosphäre und seinem extrem starken Magnetfeld warten noch viele Geheimnisse. Die Amerikaner planen mit dieser Sonde weitere Flybys zum Merkur, um mehr über die Entstehung des Planeten zu erfahren. Die Oberfläche des Merkur ist ein Schlüssel zur frühen Geschichte unseres Sonnensystems. Das hätte die Venus sein können. Vor Milliarden Jahren. Ein Planet mit Ozeanen, in denen sich erste Mikroorganismen entwickelten. Und das ist die Wirklichkeit heute. Eine leblose Welt mit einer dichten, alles erstickenden Atmosphäre und Temperaturen, die selbst Blei schmelzen lassen. Die Venus, eine verunglückte Erde. Ein unaufhaltsamer Treibhauseffekt und Vulkane, die mit ihrer Lava den gesamten Planeten überzogen haben. Die Venus, ewig in Wolken gehüllt, ist der zweitnächste Planet zur Sonne. Sie umkreist unseren Heimatstern in einer Entfernung von 108 Millionen Kilometern. Mit einem Durchmesser von 12.000 Kilometern ist die Venus fast so groß wie die Erde, wie ein Zwilling. Aber es gibt kaum Zwillinge, die unterschiedlicher sind. Die Erde hat eine klare, wohltemperierte Atmosphäre. Venus hingegen ist die reine Hölle. Wolken rasen in nur vier Tagen einmal um den Planeten. Von der Erde aus gesehen ist die Venus der hellste Planet am Himmel. Durch ein Teleskop betrachtet, zeigt sie sich wolkenverhüllt, aber sie hat Phasen wie unser Mond. Wenn sie der Erde am nächsten steht, zeigt sie sich als dünne Sichel. Diese wächst, je weiter sich die Venus fortbewegt. Die Sichel wächst, aber die Venus als Ganzes scheint zu schrumpfen. Für den Beobachter von der Erde steht die Venus oberhalb des Merkur. Bedingt durch ihre Umlaufbahnen steigen die beiden Planeten nur knapp über den Horizont. Aber die hellstrahlende Venus ist nicht zu übersehen, kurz nach Sonnenuntergang und wieder vor Sonnenaufgang. Eine andere Perspektive erklärt dieses Phänomen. Der Grund sind die engen Orbits um die Sonne. Die Venus auf der äußeren Bahn braucht 225 Tage für einen Umlauf um die Sonne. Auch Transite der Venus vor der Sonne sind von der Erde aus zu beobachten. Als der Entdecker James Cook mit seinem Segler Endeavor den Pazifik kreuzte, beobachtete er auf Tahiti einen Transit der Venus. Seine Beobachtungen wurden mit Messungen von anderen Orten verglichen. Einfache Trigonometrie führte zu einer Bestimmung der Entfernung zwischen Erde und Sonne. Cook half so bei der Vermessung des Universums, bei der die Entfernung Erde zu Sonne eine Grundeinheit ist. Die Transite der Venus sind bis heute eine Besonderheit, weil sie nur etwa zweimal alle 100 Jahre vorkommen. Die Venus, nach der Göttin der Schönheit und Liebe benannt, blieb lange ein Mysterium. Es gab wilde Spekulationen über das, was sich unter ihrem Wolkenschleier verbirgt. Einige glaubten, der Planet sei mit riesigen Sümpfen überzogen, in denen exotische Pflanzen wucherten. Andere meinten, die Venus sei eine Wüste, felsig, staubig und ausgedörrt. Wieder andere beschrieben riesige Ozeane, aus denen Kohlendioxid in die Atmosphäre brodelte. Wie so oft ist die Wirklichkeit noch bizarrer als alle Fantasien. 1961 begann man, die Geheimnisse der Venus mithilfe von Radar zu lüften. Von Goldstone in Kalifornien schoss man Radarsignale durch die Wolkendecke der Venus. Zum ersten Mal empfing man das Echo von einem anderen Planeten. Man entdeckte, dass sich die Venus extrem langsam um ihre Achse drehte und in entgegengesetzter Richtung wie die Erde. War der Grund der Einschlag eines gigantischen Planetesimals, der die Drehrichtung verändert oder den Planeten gar auf den Kopf gestellt hatte? 1970 landeten die Sowjets, eine Sonde auf der Venus. Die Fotos zeigten eine unwirtliche Landschaft mit Tafeln aus vulkanischem Fels. Die Bedingungen waren so extrem, dass die Sonde wenige Minuten nach der Landung zusammenschmolz. Die Atmosphäre auf der Venus ist zuppig, 90 Mal dichter als auf der Erde. Sie umgibt den Planeten wie ein Mantel, in dem die Hitze gefangen bleibt. Mit Temperaturen von 475 Grad Celsius ist die Venus der heißeste Planet des Sonnensystems. Als nächste sandten die Amerikaner eine Radarsonde zur Venus. Sie entdeckte Ebenen, hier blau, und Erhebungen oder Kontinente, hier gelb und rot. Später kartografierte eine russische Radarsonde die nördliche Hemisphäre der Venus. Die entschlüsselten Details waren bahnbrechend. Hier ein computeranimierter Überflug aus den in den 80er Jahren gewonnenen Daten. Ist statt Terra, ein Hochland von der Größe Australiens. In den frühen 90er Jahren scannte die amerikanische Magellan-Sonde mit neuester Radartechnologie die Venus wie nie zuvor. Fast 99 Prozent der Oberfläche konnten kartografiert werden. Ohne Wolkenschleier zeigt sich die langsame Rotation. Die Venus dreht sich in 243 Tagen einmal um die eigene Achse. Die Erde an einem Tag. Kleine Schwankungen der Sonde zeigten minimale Veränderungen der Schwerkräfte an. So war es möglich, einen noch besseren Blick auf die Oberfläche zu werfen. Rot und Gelb zeigen Orte großer Schwerkräfte, blau die minimaler. Legt man über dieses Muster eine topografische Karte, erhält man fast exakte Übereinstimmungen. Dank der Ergebnisse der Magellan-Sonde kann man heute per Computeranimation über die Venus fliegen. Die höchste Erhebung auf dem Kontinent ist Stadt Terra. Weiter südlich eine größere Hochlandregion, Aphrodite Terra, ein Kontinent von der Größe Afrikas. Und ein Flug durch einen weiten Canyon des südlichen Hochlandes, den Chasmata. Weiter östlich in Aphrodite Terra, ein großes vulkanisches Plateau. Hier ragt der Mat Mons, ein massiver Vulkan, 5000 Meter hoch über die Ebene. Einzigartig auf der Venus sind diese Coronas, von denen es Hunderte gibt. Vielleicht verursacht durch heiße Magma, die versucht, durch die Kruste zu drücken. Die Venus ist der vulkanisch aktivste Planet des Sonnensystems. Drei Einschlagkrater. Im Vergleich zum Mond oder Merkur sind sie selten auf der Venus, auch weil Lava die Oberfläche immer wieder neu überzieht. Außerdem verglühen viele Meteore in der dichten Atmosphäre, bevor sie die Oberfläche erreichen. Unterhalb einer Bergkette liegt eine Gruppe von Pfannkuchenkuppeln, jede 25 Kilometer im Durchmesser und 750 Meter hoch. Vermutlich nach oben drängende Lava, die durch das Gewicht der Atmosphäre zusammengedrückt wurde. Seit Milliarden Jahren beherrschen die Vulkane den Planeten. Schwefeldämpfe vergiften die Atmosphäre. Lava-Ströme modellieren die Oberfläche immer wieder neu. Vermutlich sind die Vulkane bis heute aktiv. Die Sonde Magellan hat gezeigt, dass 85 Prozent der Oberfläche aus Vulkangestein- und Lavaströmen bestehen. Nach planetarischen Maßstäben ist die Venus-Oberfläche mit einem mittleren Alter von nur 500 Millionen Jahren sehr jung. Was ist auf der Venus passiert? Haben Vulkane die Landschaft neu geschaffen oder kam es vor 500 Millionen Jahren zu einer Katastrophe, die die Oberfläche total veränderte? Das sind die Bilder eines Künstlers, zumal die wenigen Fotos der Russen bis heute die einzigen wirklichen Bilder von der Oberfläche der Venus sind. Und mit einer erdrückenden Atmosphäre, die zu 96 Prozent aus Kohlendioxid besteht, wird wohl kaum ein Mensch je seinen Fuß auf diesen Planeten setzen. Vielleicht gab es auf der Venus wie auf der Erde vor vier Milliarden Jahren Kontinente und Ozeane, in denen sich einfaches Leben entwickelt hatte. Aber der junge Planet bewegte sich gefährlich nah an der Sonne, am Rand der Lebenszone, in deren Zentrum die Erde liegt. Als die Strahlungskraft der Sonne zunahm, heizte sie die Venus auf. Das Wasser in den Ozeanen verdampfte und verwandelte die Venus in ein brodelndes Treibhaus. Die Erde hatte ihren Zwilling verloren. Ein Blick aus dem All auf die Erde und kein Zeichen von Leben. Ein wunderbarer Planet als bloße Sinfonie aus Farben und Formen. Die Farben wurden gewählt, um geologische Formationen sichtbar zu machen. Aber wo sind die Menschen? Ein näherer Blick zeigt Bauwerke von Menschen. Die Stadt Boston mit ihrem Flughafen und Hafen an der Nordostküste der USA. Von weiter oben gesehen, verwischt wieder alles. Keiner würde von hier aus erkennen, dass mehr als sechs Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben. Auch wenn unser Planet Erde heißt, zwei Drittel seiner Oberfläche sind mit Wasser bedeckt. Ozeane wie diese finden sich auf keinem unserer Nachbarplaneten. Die Meere wimmeln von Leben. Einfache Organismen entwickelten sich vermutlich zuerst dort. Millionen Jahre später bildeten sie Lungen und Gliedmaßen. Das Leben kam an Land. Bis heute hat es sechs Kontinente erobert. Und eine Spezies herrscht über alle anderen. Der Homo sapiens. In den 11.000 Jahren seit der letzten Eiszeit hat der Mensch den Ackerbau entwickelt. Das war die Basis der Zivilisation. Wenige Menschen konnten viele ernähren und ermöglichten anderen, Künstler, Lehrer oder Wissenschaftler zu werden. Aber nicht nur die Landwirtschaft hat das Gesicht unseres Planeten verändert. Auch die Städte. Hier Chicago und seine Abwässer, die den Lake Michigan verunreinigen. Wie keine andere Art greift der Mensch in die Umwelt ein und vernichtet nicht erneuerbare Ressourcen. In einer Entfernung von 150 Millionen Kilometern umrundet die Erde in einem Jahr die Sonne. Dabei dreht sie sich einmal pro Tag um ihre Achse. Die Erde ist der größte der inneren Planeten, an dritter Stelle von der Sonne und der erste mit einem Mond. Dünn wie ein Furnier bildet die Erdkruste die äußere Hülle unseres Planeten. Unter den Kontinenten ist sie bis zu 80 Kilometer stark, unter den Ozeanen manchmal nur 10 Kilometer. Darunter liegt der heiße Mantel, eine Mischung aus festem und geschmolzenem Gestein. Dann kommt der flüssige äußere Kern und im Zentrum der innere feste Kern. Ein langsam rotierendes Herz aus Eisen und Nickel. Seine Rotation innerhalb des flüssigen äußeren Kerns ist der Dynamo, der unser Magnetfeld erzeugt. In der nördlichen Hemisphäre liegt der eigentliche Südpol, weil dieser den nördlichen Pol einer Kompassnadel anzieht. Das aber kann sich ändern. Im Abstand von einigen hunderttausend Jahren kommt es immer wieder zu einem Polsprung. Warum ist bis heute ein Rätsel? Vulkanausbrüche sind die Folgen des heißen Erdinneren. Durch Ventile in der Erdkruste setzt die Lava Hitze des sich langsam verfestigenden Kerns frei. Die Erdkruste gleicht einer brüchigen Eierschale. Die Risse sind die Grenzlinien großer Platten. Wo die Platten aufeinandertreffen, kommt es vermehrt zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Die Platten treiben auf dem flüssigen äußeren Mantel. Die Animation zeigt, wie diese Kontinentaldrift das Gesicht der Erde während der letzten 500 Millionen Jahre verändert hat. Das Aufeinandertriften der Platten lässt ganze Gebirge entstehen. Die Alpen, wo Italien auf Europa trifft. Oder das Himalaya, wo der indische Subkontinent auf die asiatische Platte drückt. Wo die Platten auseinanderdriften, entstehen tiefe Risse, wie hier das Tote Meer und das Rift Valley. Erdbeben und Vulkanausbrüche sind Folgen der Kontinentaldrift. Die Platten bewegen sich zwischen einem und zehn Zentimeter pro Jahr. Ein fortwährender Prozess, der in den Tiefen der Ozeane genauso wie auf den Gipfeln der Berge zu beobachten ist. Von den vier inneren Planeten des Sonnensystems rotiert die Erde am schnellsten um die eigene Achse. Die Folgen sind Tag und Nacht. Die Sonne scheint über den Himmel zu wandern, aber sie bewegt sich nicht. Es ist die Erde, die sich um ihre Achse dreht. Dieser 24-Stunden-Zyklus beeinflusst unser Wetter. Der wechselnde Winkel der Sonnenstrahlen heizt die Erde auf und lässt sie wieder abkühlen. Würde die Achse der Erde senkrecht zur Umlaufbahn stehen, wären die Tage und Nächte gleich lang, egal ob am Äquator, in der nördlichen oder der südlichen Hemisphäre. Die Erdachse ist aber um 23 Grad geneigt und deswegen variieren die Längen von Tag und Nacht im Laufe eines Jahres. Der Einfallswinkel des Sonnenlichts ändert sich Tag für Tag. Die Folge sind die Jahreszeiten. Wenn die nördliche Hemisphäre der Sonne abgewandt ist, herrscht dort Winter. Die Tage sind kürzer, die Nächte länger. Sechs Monate später, wenn die Nordhalbkugel der Sonne zugewandt ist, herrscht dort Sommer. Die Tage sind lang, die Nächte kurz. Unsere meisten Klimamuster beruhen auf der einfachen Tatsache, dass heiße Luft aufsteigt. Die Sonne verursacht die Klimafaktoren. Sie heizt die Ozeane auf, es kommt zur Verdunstung, Luft mit Wasserdampf gesättigt steigt auf, wenn sie sich in höheren Lagen abkühlt und kondensiert, bilden sich Wolken. Aufsteigende Luft, es bilden sich Wolken, verursacht einen niedrigeren Druck. Sinkende Luft, der Himmel ist klar, bedeutet Hochdruck. Die Luft in einem Hochdruckgebiet bewegt sich immer in Richtung eines Tiefdruckgebietes. So entsteht der Wind. Entlang des Äquators, wo die Hitze am größten ist, bilden sich hoch in der Atmosphäre schwere, mit Feuchtigkeit beladene Wolken. Hier vom All aus gesehen. Schwere Gewitter und Sturzregen sind typisch für die Tropen. Sie versorgen die äquatorialen Regenwälder mit Wasser. Die hohe Intensität der Sonneneinstrahlung lässt in den Tropen große Sturmsysteme entstehen. Zyklone, Taifune und Hurricanes, so wie hier vor der Küste der USA. Treffen diese Stürme auf Land, richten sie verheerende Schäden an. Entlang des Äquators, wo die Sonne am intensivsten scheint, ist der Luftdruck niedrig. An den Polen, wo die Sonneneinstrahlung schwach ist, sinkt die Luft ab. Es herrscht hoher Luftdruck. In der nördlichen Hemisphäre sinkt die Luft nördlich der Tropen ab. In den gemäßigten Zonen steigt sie wieder auf. So entstehen drei große zirkulierende Luftströmungen, die Wettermaschine. Die Folgen in Afrika sind dichter Tropenwald am Äquator und die Wüste Sahara im Hochdruckgebiet. Europa wieder ist feucht und wolkig. Ein Sandsturm ist über den Atlantik gezogen. Er kommt aus der riesigen Sahara, die in der trockenen Hochdruckzone entstanden ist. Über Europa ziehen Wolken vom Atlantik. Die Atlantikküste gilt als besonders regenreich. Das Wetter in den Tiefdruckzonen ist wechselhaft. Die Hochdruckzonen der Polregionen sind meistens kalt und trocken. Die Entfernung Erde-Sonne variiert. Der kreisförmige Orbit um die Sonne ist nicht konstant. Etwa alle 400.000 Jahre wird er leicht elliptisch. Dieses Phänomen, das kreiselnde Achsneigung, unterliegt einem 26.000 Jahre Rhythmus. Und alle 41.000 Jahre ändert sich die Neigung der Erdachse von 22,5 auf 24 Grad. Viele Wissenschaftler glauben, dass diese Phänomene die Eiszeiten verursachen. Die letzte endete nach einer Dauer von 90.000 Jahren vor nur 11.000 Jahren. Es ist keine Hollywood-Fantasie. Die nächste Eiszeit kommt bestimmt. Unsere Felder, unsere Städte sind alle nur kleine Kratzer auf diesem zerbrechlichen Planeten. Die Erde ist ein glücklicher Ort. Es gibt Luft zum Atmen, weil sich dank der richtigen Entfernung zur Sonne und des Vorhandenseins von Wasser hier Pflanzen entwickeln konnten, die Sauerstoff produziert haben. Dieser wunderbare Planet ist wertvoll, aber nach kosmischen Maßstäben sehr vergänglich. Durch einen Einschlag wie diesen entstand unser Mond. Die Erde war gerade 50 Millionen Jahre alt, als sie vermutlich mit einem Planetoiden von der Größe des Mars kollidierte. Das Geschoss hatte die Erde aber nur gestreift. Zwei Tage später kehrte es wieder zurück. Diese doppelte Kollision setzte ausreichend Materie zur Bildung unseres Mondes frei. In weniger als zwei Jahren bildete sich im Orbit ein glühender Mond, der sich um eine glühende Erde drehte. Der neue Satellit war der Erde 20 Mal näher als der Mond heute. Die gewaltigen Schwerkräfte zwischen beiden Himmelskörpern bewirkten, dass sich die Rotation des Mondes verlangsamte. Während eines Orbits um die Erde dreht er sich einmal um die eigene Achse. Das heißt, der Mond zeigt der Erde immer dasselbe Gesicht. Und das ist das Gesicht des Mondes heute. Seine Rückseite bleibt von der Erde aus unsichtbar. Der Durchmesser des Mondes beträgt mit 3500 Kilometern ein Viertel des Erddurchmessers. In einer Entfernung von etwa 384.000 Kilometern umrundet der Mond in 27 ein Drittel Tagen einmal die Erde. Während dieser Zeit ändert der Mond sein Aussehen. Er durchläuft die Mondphasen. Die Sicht aus dem All erklärt dieses Phänomen. Die Sonne, die von rechts scheint, beleuchtet immer eine Hälfte des Mondes. Der Mond ist keine Leuchtquelle, er reflektiert nur das Sonnenlicht. Während der Mond um die Erde kreist, sieht man von der Erde aus bestimmte Teile der angestrahlten Mondhälfte. Wenn seine dunkle Seite der Erde zugewandt ist, haben wir Neumond. Bei Vollmond ist die angestrahlte Hälfte des Mondes ganz der Erde zugewandt. Der Schatten auf dem Mond wird nicht durch die Erde verursacht. Für die meisten Menschen ist der Mond ein vertrauter und gleichzeitig geheimnisvoller Begleiter. Was zum Beispiel sind die dunklen Flecken in seinem Gesicht? Das ist das Mare Humorum, das Meer des Humors. Und diese große Ebene ist das Mare Imbrium. Der nördliche Rand des Mare Imbrium mit dem dunklen Krater Plato. Das dunkle Terrain auf der rechten Seite ist das Mare Imbrium. Heller erscheinen die Bergrücken. Die Mondmeere, die Mare, sind keine Ozeane, sondern Becken, die durch kosmische Einschläge entstanden sind. Dieses große Geschoss hat das Mare Orientale ausgeworfen. Nach dem Einschlag quoll Lava an die Oberfläche und kühlte zum dunklen Fels aus. Ein Mare war entstanden. Große Einschläge wie diese ließen vor etwa 3,9 Milliarden Jahren nach. Etwa eine Milliarde Jahre später endeten auch die vulkanischen Aktivitäten auf dem Mond. Das Innere des Trabanten war ausgekühlt. In der Folgezeit kam es zu weiteren kleineren Einschlägen, die das Gesicht des Mondes mit Kratern vernarbten. Der Kopernikuskrater. Ein Quartett von Kratern. Klavius mit jüngeren Kratern im Inneren. Auf der Mondlandschaft bleibt jeder Einschlag erhalten. Kein Wasser, kein Wind, keine Atmosphäre, die die Oberfläche erodieren. Lediglich neue Krater, die die alten verändern. Die jüngeren Krater sind von hellerem, ausgeworfenem Gestein umgeben. Die Strahlenkrater sind die leuchtendsten Objekte auf dem Mond. Am Rand der großen Becken wurden Gebirge aufgeworfen. Das ist der Apennin. Auf dem Mond gibt es Risse, Riffe und gewundene Rinnen. Kanäle, in denen einst Lava geflossen ist. Mit der 81-fachen Masse des Mondes ist unser Planet der eindeutig größere Partner des Erde-Mond-Systems. Die Schwerkraft auf dem Mond beträgt ein Sechstel der irdischen. Die Astronauten der Apollo 12 landeten vor mehr als 30 Jahren auf dem Mond. Sie demonstrierten, wie ohne Atmosphäre ein Hammer und eine Feder gleich schnell zu Boden fallen. Die fehlende Atmosphäre führt zu extremen Temperaturschwankungen. Sie liegen zwischen plus 120 Grad Celsius am Tag und minus 160 Grad in der Nacht. Die Astronauten betätigten sich auf dem Mond als Geologen. Die sechs Apollo-Missionen brachten insgesamt 380 Kilogramm Gesteinsproben zur Erde zurück. Mond-Buggys erweiterten den Aktionsradius der Astronauten während der letzten drei Missionen entscheidend. Die letzten Proben wurden 1972 zur Erde gebracht. Analysen zeigten, dass es sich um extrem trockenes Gestein handelt, entweder von vulkanischen Eruptionen oder von Meteoreinschlägen. Am Ende jeder Mission wurden die Landeeinheiten auf den Mond abgeworfen. Der Mond vibrierte wie eine Glocke. Das deutete auf pulverisiertes Gestein unterhalb der Oberfläche. Der Mond hat einen metallenen, soliden Kern, der aber wesentlich kleiner als vermutet scheint. Er macht nur ein Fünftel des Monddurchmessers aus. Der Kern der Erde ist im Vergleich dazu halb so groß wie der Erddurchmesser. Ein Unterschied, der auf einen nicht gemeinsamen Ursprung von Erde und Mond schließen lässt. Das unterstreicht die Theorie, dass der Mond bei einem Zusammenprall mit der Erde entstanden ist. Der junge Mond war nur 22.500 Kilometer von der Erde entfernt. Heute ist er fast 20 Mal so weit entfernt. Und wie man heute durch Lasermessungen mit Hilfe von auf dem Mond montierten Reflektoren festgestellt hat, wächst die Entfernung weiter. Mit diesen Instrumenten messen Wissenschaftler in Texas die Laserimpulse, die von den Reflektoren zurückgeworfen werden. Die Entfernung des Mondes zur Erde lässt sich so zentimetergenau bestimmen. Das Ergebnis, sie nimmt Jahr für Jahr um drei Zentimeter zu. Verursacht wird dieses Phänomen durch die Gezeitenkräfte, die der Mond auf unsere Ozeane auswirkt. Etwa alle sechs Stunden verursacht der Mond eine Flut und dann wieder eine Eppe. Rund um den Globus kommt es so zweimal täglich zur Flut und wieder zur Eppe. Die Wassermassen sammeln sich zu beiden Seiten der Erde. Die Flutwellen laufen, bedingt durch die schnelle Umdrehung der Erde, dem Mond voraus. Dieser Gezeitensog verlangsamt wiederum die Rotationsgeschwindigkeit der Erde. Je weiter sich Mond und Erde voneinander entfernen, desto länger werden die Tage auf der Erde. Der Mond hat noch eine weitere Auswirkung. Er hält die Erde in Balance. Was würde passieren, wenn die Erde keinen Mond hätte? Ohne den Mond, der durch seine Schwerkraft die Erde rund um den Äquator stabilisiert, wäre die Axiallage der Erde instabil. Der Planet würde im Laufe von Millionen Jahren chaotisch umeinander kreiseln, mit Achsneigungen von 0 bis 85 Grad. Das Klima wäre dementsprechend. Wenn die Erdachse auf 85 Grad kippt, würden die Äquatorregionen vereisen. In der ersten Hälfte des Jahres würde sich das Eis auf weite Teile der südlichen Hemisphäre ausbreiten. Sechs Monate später wäre die nördliche Hälfte vereist, während der Süden unter der Sonneneinstrahlung ausdarrt. So sähe es in Ägypten aus. Die Sahara, eine sturmumtoaste Eiswüste. Die Antarktis, eine öde, verbrannte Wüste. Es klingt wie Science Fiction, aber in einer Milliarde Jahre, wenn der Mond weit entfernt von der Erde seine Kreise dreht, wird die Achse zu schwanken beginnen. Selbst der frühere Chef der NASA, Dan Goldwyn, kommt ins Staunen, als er zum ersten Mal Zeuge einer totalen Sonnenfinsternis wird. Eine totale Sonnenfinsternis ist das wohl spektakulierste Himmelsphänomen, das sich mit bloßen Augen von der Erde beobachten lässt. Einer der magischsten Momente, der Diamantring. Sekunden später wird der Mond die Sonne total verdunkeln. Zu verdanken ist das einem kosmischen Zufall. Die totale Sonnenfinsternis ist nur möglich, weil der Mond 400 Mal kleiner als die Sonne ist und weil er der Erde 400 Mal näher ist. Noch einmal der Diamantring. Und dann taucht die Sonne wieder auf. Keine Computeranimation, sondern Zeitrafferaufnahmen einer totalen Sonnenfinsternis. Die totale Finsternis dauerte nur wenige Minuten, der gesamte Vorgang etwa drei Stunden. Nur wenn der Mond auf direkter Linie zwischen Erde und Sonne steht, kommt es zu einer totalen Finsternis. Wäre die Bahn des Mondes nicht um 5 Grad zur Ekliptikalebene, zur Bahnebene von Sonne und Erde, hier grün gezeigt, geneigt, würde eine Sonnenfinsternis öfter eintreten. Bei jedem Orbit um die Erde kreuzt der Mond zweimal die Ekliptikalebene. Hier und hier. Aber nur auf der Tagseite der Erde kann es zu einer Sonnenfinsternis kommen. Von der Sonne aus betrachtet würde eine Sonnenfinsternis so aussehen. Eine totale Sonnenfinsternis ereignet sich etwa 70 Mal in 100 Jahren. Häufiger zu beobachten ist eine partielle Sonnenfinsternis. Ein anderes Himmelsphänomen ist die Mondfinsternis. Der Mond strahlt rot am Himmel. Der Grund, die Erde schiebt sich zwischen Sonne und Mond. Eine totale Mondfinsternis kann bis zu ein Dreiviertelstunden dauern. Wenn der Mond in den Erdschatten tritt, wird das Sonnenlicht durch die Erdatmosphäre gefiltert und gebrochen. Der Mond schimmert rot. Eine Mondfinsternis ist von der gesamten Nachtseite der Erde aus zu beobachten. Zurück zur Sonnenfinsternis. Das ist eine ringförmige Sonnenfinsternis, die entsteht, wenn der Mond auf seiner elliptischen Umlaufbahn am erdfernsten Punkt steht und sein Schattenkegel die Erdoberfläche nicht voll trifft. Bei einer totalen Sonnenfinsternis rast der schmale Mondschatten mit Überschallgeschwindigkeit über die Erdoberfläche. Nur im Zentrum dieses Schattenbandes ist die Finsternis total. Ist der Mond der Erde nahe genug, fällt der volle Mondschatten auf die Erdoberfläche. Das Zentrum des Schattenkegels ist die Umbra, der weiter reichende Halbschatten die Pen-Umbra. Der Tag einer Sonnenfinsternis. Ein Fernsehteam bereitet sich auf das große Ereignis vor. Die Kameras haben eine automatische Nachführung, die die Erdrotation ausgleicht und die Sonne so in der Bildmitte hält. Besonders wichtig sind Schutzfilter für Teleskope, Kameras und für die Augen natürlich. Der erste Kontakt. Diese Phase kann bis zu 90 Minuten dauern. Nach und nach wird die Sonnenscheibe verdeckt. Hoffentlich werden keine Wolken im letzten Moment das Spektakel verhindern. Durch die Blätter eines Baums funkelt die Sichel der Sonne hundertfach. Kurz vor der totalen Finsternis. Die Sonne ist nur noch ein schmaler Splitter. Baileys Perlen leuchten auf, wenn das Sonnenlicht nur noch durch die Mondtäler scheint. Und dann die totale Finsternis. Trotz vorbeiziehender Wolken atemberaubend. Die Corona, die äußere Atmosphäre der Sonne, normalerweise unsichtbar, ist jetzt mit bloßem Auge zu sehen. Rundherum versinkt alles im Zwielicht. Während einer totalen Finsternis sinkt die Leuchtkraft der Sonne auf ein Millionstel des Normalwertes. Noch einmal werden die Geräte justiert. Die Venus leuchtet am verdunkelten Himmel. Die Corona tanzt im Magnetfeld der Sonne. Eine Protuberanz schießt ins All hinaus. Eine rote Flammenzunge aus Wasserstoff, die sich über 30.000 Kilometer erstreckt. Jetzt leuchten wieder Baileys Perlen und dann der Diamantring. Die Phase nach der totalen Finsternis ist weniger interessant. Erst recht, wenn der Himmel bewölkt ist. Die Folgen einer totalen Finsternis noch einmal als Zeitrafferaufnahme. Langsam nimmt das Licht ab, bis es plötzlich ganz dunkel wird, wenn der Schatten voll ist. Vögel schlafen ein, Blüten schließen sich und Hunde fangen an zu bellen. Die Phase der totalen Finsternis kann bis zu siebeneinhalb Minuten dauern. Eine totale Sonnenfinsternis ist ein tiefgreifendes Erlebnis, das in jedem Menschen archaische Gefühle wachruft. Ein anderes spektakuläres Himmelsphänomen ist die Aurora. Ein Tanz farbiger Lichter in der oberen Atmosphäre. Sie sind in den Polarregionen der nördlichen und südlichen Hemisphäre zu beobachten. Auch dieses Schauspiel wird durch die Sonne verursacht. Neben Licht, Wärme und Energie strahlt die Sonne einen ständigen Strom elektrisch geladener Teilchen und Gase aus, den Sonnenwind. Vom Magnetfeld der Sonne ausgestoßen erreicht er Geschwindigkeiten bis 400 Kilometer pro Sekunde. Der Sonnenwind wird vom Magnetfeld der Erde abgelenkt. Die meisten Teilchen fließen um das Feld herum. Einige jedoch werden in ihm gefangen, tauchen entlang der magnetischen Kraftlinien über den Polen in die Atmosphäre ein und erzeugen dort die Lichter einer Aurora. In der Atmosphäre reagieren die energetisch geladenen Sonnenpartikel mit Atomen und Molekülen. Sie leuchten auf. Eine Aurora in der nördlichen Hemisphäre erzeugt eine spiegelbildliche in der südlichen. Das ist eine normale Aurora. Das Licht zahlloser Kollisionen zwischen Solarpartikeln und Teilchen aus der Atmosphäre. In unregelmäßigen Abständen kommt es auf der Sonne zu massiven Eruptionen, die den Sonnenwind auf Geschwindigkeiten bis zu 1000 Kilometer pro Sekunde beschleunigen. Verursacht werden sie durch Flares, gewaltige Eruptionen auf der Sonnenoberfläche. Die extrem schnellen Sonnenwinde brauchen nur 40 Stunden bis zur Erde. Hier treffen sie wie eine Schockwelle auf das irdische Magnetfeld und verformen es. Die Folge sind geomagnetische Stürme und wundervolle Auroren. In der nördlichen Hemisphäre wird das übliche Oval der Aurora so weit intensiviert und verformt, dass es sich bis über den Norden der USA erstreckt. Die Aurora induziert elektrische Ströme in Bodennähe. Die Alaska-Öl-Pipeline wird gestört. Die Stromversorgung bricht zusammen. Satelliten geraten ins Trudeln. Aber die Stürme von der Sonne erzeugen auch unvergleichlich schöne Auroren. Die grünen und roten Farben entstehen, wenn Sauerstoffatome reagieren. Rosa und dunkelrot durch Stickstoff. Die Reaktionen spielen sich in einer Höhe zwischen 100 und 400 Kilometern ab. In der nördlichen Hemisphäre werden sie als Aurora Borealis, in der südlichen Hemisphäre als Aurora Australis bezeichnen. Himmels Fantasien Olympus Mons Olympus Mons Drei Mal so hoch wie der Mount Everest. Fünfzig Mal mehr Masse als der Mauna Loa, der größte Vulkan der Erde. Der Olympus Mons ist der größte Vulkan unseres Sonnensystems. Diese Felswände allein sind sechs Kilometer hoch. Der Olympus Mons erhebt sich 25 Kilometer aus der Ebene. Am Fuß erstreckt er sich über eine Fläche so groß wie der US-Staat Colorado. Trotz einer Kette großer Vulkane im Osten bleibt der Olympus Mons der alles überragende Herrscher des roten Planeten. Willkommen auf dem Mars. Vor Sonnenaufgang liegen die Temperaturen auf dem roten Planeten bei minus 100 Grad Celsius. Am Morgen lösen sich die gefrorenen Nebel langsam auf, der Mars-Staub färbt den Himmel rosa. Mittags ist die Luft klar. Am frühen Nachmittag steigen die Temperaturen knapp über den Gefrierpunkt. Kurz vor Sonnenuntergang zeigen sich erste Eiswolken und die Temperaturen stürzen in den Keller. Der Mars umrundet die Sonne als vierter Planet in einer Entfernung von 228 Millionen Kilometern. Für einen Orbit benötigt er 687 Tage. Ein Marsjahr entspricht also fast zwei Erdjahren. Mit einem Durchmesser von 6800 Kilometern ist der Mars etwa halb so groß wie die Erde. Er verfügt über ein Neuntel ihrer Masse. Achsneigung und Rotationsgeschwindigkeit sind sehr ähnlich. Ein Marstag ist eine halbe Stunde länger als ein Erdtag, 24,5 Stunden. Langsam macht sich der Mensch mit dem Planeten vertraut, den er als nächsten besuchen will. Die Oberfläche der nördlichen Hemisphäre ist jünger, eingeebnet von Lavaströmen. Der Süden ist zerklüftet und mit Kratern von zahlreichen Einschlägen vernarrt. Ungefähr auf Äquatorhöhe erstreckt sich das Mariner Valley. Ein gewaltiger Riss in der Oberfläche, der sich von Ost zur Westküste der USA erstrecken würde. Der größte geologische Grabenbruch des Sonnensystems. Ein Flug mit dem Computer durch das Mariner Valley, bis zu 7 Kilometer tief und 600 Meter breit, lässt es den Grand Canyon als kleinen Riss erscheinen. Westlich des Mariner Valley erstrecken sich der Tarsis-Gebirgskamm und drei Vulkane, der Arsia-Mons, der Pavonis-Mons und der Askraeos-Mons mit einer Gipfelhöhe von mehr als 20 Kilometern. Die Sonde Mars Global Surveyor hat unser Bild vom roten Planeten revolutioniert. Sie hat die Oberflächenkonturen des Planeten mit Laserlicht vermessen. Erhebungen zeigen sich auf diesen Karten in Rot und Weiß, Ebenen in Grün und Blau. Die tiefste Stelle, unten in Dunkelblau, ist der von einem gewaltigen Einschlag aufgerissene Hellas-Krater. Der Boden seines Beckens liegt 5 Kilometer tief. In Weiß zu sehen Olympus-Mons und die drei Vulkane des Tarsis-Gebirges. Heute ist es auf dem Mars für flüssiges Wasser zu kalt. Aber als diese Vulkane aktiv waren, wurde durch das heiße Magma, das sie auswarfen, im Boden gefrorenes Eis geschmolzen, das sich dann als Sturzflut über die Oberfläche ergoss. Unter Asche und Lava östlich der Tarsis-Vulkane hat Global Surveyor einen dieser alten Flutkanäle kartografiert, hier in Blau. Spuren dieser Fluten gibt es zahlreiche auf dem Mars. Die Fluten müssen gewaltig gewesen sein. Dieser Kanal zum Beispiel ist drei Kilometer breit. Der heute ausgedörrte Planet muss früher wärmer und feuchter gewesen sein. Ein gewaltiger Ozean, der Oceanus Borealis, hat vermutlich weite Teile der nördlichen Hemisphäre bedeckt. Die Gase der vulkanischen Aktivitäten haben die dünne Atmosphäre dichter und heißer werden lassen. Vermutlich hat es sogar geregnet und die Wassermassen des geschmolzenen Eises haben den Mars zu einem blauen Planeten gemacht. Sind diese Gesteinsformationen Relikte eines See- oder Ozeanbodens? Wenn dem so ist, warum ist das Wasser verschwunden? Vielleicht, weil die vulkanischen Aktivitäten zum Stillstand kamen und die von ihren Gasen geschaffene Atmosphäre, bedingt durch die schwachen Schwerkräfte, ins All entwich. Die Meere vertrockneten, das Restwasser gefror im Boden. Die kleinen Vulkankegel, weniger als ein Kilometer im Durchmesser, sind weitere Zeugen für die Existenz von Wasser in der Vergangenheit. Ähnliche geothermale Strukturen finden sich auf der Erde. Heute ist der Mars eine gefrorene Wüste. Das einzig sichtbare Wasser ist das Polareis. Hier die Eiskappe des Südpols. Im Sommer klein wird sie im Winter größer. Der Nordpol ist etwas dunkler, weil hier mehr Staub in der Atmosphäre ist. Beide Eiskappen sind etwa 5 Kilometer dick. Würden sie schmelzen, wäre der gesamte Planet mit einer 10 Meter tiefen Wasserschicht überzogen. Der elliptische Orbit des Mars wirkt sich auf das Klima des Planeten aus. Wenn er der Sonne am nächsten ist, herrschen im Norden kurze, milde Winter. Wenn er der Sonne am fernsten ist, sind die Sommer im Norden lang und kühl. Die Jahreszeiten des Nordens sind gemäßigt. In der südlichen Hemisphäre sind sie extrem. Die Winter sind lang und bitterkalt. Die Sommer hingegen, wenn der Mars der Sonne am nächsten ist, sind kurz und relativ warm. Weite Teile des Mars sind Wüste, rot wegen des Gehalts an Eisenoxid. Das sind Spuren von Staubteufeln, Wirbelwinden mit Staubpartikeln feiner als Talkumpuder. Die großen Sandstürme können Wochen dauern und den gesamten Planeten überziehen. Die Suche nach Wasser auf dem Mars ist eng verknüpft mit der Frage nach Leben. Diese Rinnen an einer Talwand könnten Spuren von kurzfristigen Wasserkaskaden sein, die sich aus einer Felsschicht am Oberrand der Felswand ergossen haben. Die Suche nach Wasser war auch die Aufgabe der amerikanischen Mars-Sonde Mars-Odyssey. Aus dem Orbit suchte die Sonde nach Spuren von gefrorenem Wasser unter der Oberfläche. Die kosmische Strahlung wird von der Mars-Oberfläche als Gamma- und Neutronenstrahlung reflektiert. Wenn diese Wasserstoff enthält, ist das ein Anzeichen für das Vorhandensein von gefrorenem Wasser unter der Oberfläche. Aufgrund dieser Tatsache konnte Mars-Odyssey große unterirdische Eisreservoirs vor allem rund um die Pole entdecken, hier in Dunkelblau zu sehen. 2003 begann ein neues Kapitel in der Erkundung des Mars. Die europäische Sonde Mars-Express setzte die Landeeinheit Beagle 2 über dem roten Planeten ab. Vor der Landung ging der Kontakt verloren. Mars-Express aber konnte seine Arbeit vom Orbit aus fortsetzen. Sie funkte fantastische Fotos. Ein 3000 Meter hohes Plateau. Ein 55 Kilometer weiter Krater. Ein Vulkangipfel. Fast gleichzeitig mit Mars-Express landeten die Amerikaner Spirit, den ersten ihrer zwei Mars-Rover. Und das ist eine seiner Aufnahmen von der Mars-Oberfläche. Hat es hier einmal Wasser gegeben? Leben sogar? Nach 68 Tagen erreichte Spirit diesen Krater. 200 Meter im Durchmesser. Felsen und Sand vom Wind verweht. Drei Wochen nach Spirit rollte auf der anderen Seite des Mars der zweite Rover Opportunity in diesen Krater. Es war ein Treffer ins Schwarze. Opportunity konnte beweisen, hier hat es einmal Wasser gegeben. Und das schwarze Gestein in diesem Krater könnte ein Schlüssel zur fernen Vergangenheit des Mars sein. Die Rover haben ihre Aufgabe erfüllt. Die nächste Generation der Mars-Rover muss jedoch noch intelligenter und mobiler sein und Proben vom Mars zur Erde zurückbringen. Und irgendwann wird der Mensch selber auf dem roten Planeten landen. Die Mondkrater Früher glaubte man, sie seien vulkanischen Ursprungs. Aber alle entstanden durch Einschläge aus dem All. Der am schwersten gezeichnete Planet ist der Merkur. Jede Narbe rührt von einem Einschlag her. Die meisten Treffer stammen aus der Zeit, als sich die Planeten formten. Krater auf dem Mars, verursacht durch uralte Einschläge. Vor viereinhalb Milliarden Jahren war unser Sonnensystem ein Mahlstrom gegenseitig kollidierender Planetoiden. Ein Bombardement, das 600 Millionen Jahre wehrte. Aber wo sind die Einschlagspuren auf der Erde? Man findet sie, wenn man weiß, wo man sie suchen muss. Australien, ein trockener, geologisch stabiler Kontinent. Hier sind sie am einfachsten auszumachen. Im Herzen des Outback liegen die Hanbury-Krater. Die meisten Einschlag-Krater sind durch Wasser, Wind und Wetter mit der Zeit erodiert. Die Hanbury-Krater entstanden durch einen Einschlag vor nur etwa 5000 Jahren. Ein Beleg dafür, dass Erde und Mond noch heute durch Projektile aus dem All gefährdet sind. Um herauszufinden, wo die meisten dieser Geschosse herkommen, reisen wir von der Erde vorbei am Mars zum Asteroidengürtel, dessen Bahn sich zwischen der von Mars und Jupiter erstreckt. Der Asteroidengürtel ist ein Ring von Kleinplaneten. Ohne die störenden Schwerkräfte des gewaltigen Jupiter wären diese planetarischen Körper vielleicht zu einem Planeten zusammengewachsen. Heute sind die Asteroiden auf ihrer Bahn zwischen Mars und Jupiter eine potenzielle Gefahr auch für die Erde. Gaspra, ein typischer Asteroid. 20 Kilometer im Durchmesser, bestehend aus Silikaten und purem Metall, wenn er auf der Erde einschlagen würde. Und das ist Ida. Zweimal so groß, mit einem kleinen Trabanten-Dactyl oben rechts im Bild. Dactyl ist der Überrest eines größeren Broggens. Ein Durchmesser von 52 Kilometern, das ist Mathilde. Schwärze als Kohle ist er der dunkelste bekannte Asteroid. Am hellsten unter allen Asteroiden strahlt Wester. Mit einem Durchmesser von 530 Kilometern ist er ein Gigant unter den Asteroiden. Der dunkle Fleck ist ein riesiger Krater, der sich auf der Erde von Ost nach West über den Pazifik erstrecken würde. Immer wieder kommt es innerhalb des Asteroidengürtels zu Kollisionen. Bruchstücke dieser Kollisionen werden in einen Orbit geschleudert, der sie näher zum Mars bringt. Durch dessen Schwerkraft werden sie auf einen neuen Orbit abgelenkt. Eine Bahn, die die Erde kreuzen könnte. Ein solcher Asteroid traf vor 65 Millionen Jahren auf die mexikanische Yucatan-Halbinsel. Die Folgen waren ein kosmischer Winter und ein Massensterben auf der Erde. Als der Himmel wieder aufhellte, waren zwei Drittel aller Arten ausgestorben, einschließlich der Dinosaurier. Eingefärbt ist der Krater hier zu sehen, der heute unter Dschungel und dem Meer verborgen liegt. Er hat einen Durchmesser von 200 Kilometern. Das heißt, der Asteroid hatte einen maximalen Durchmesser von 15 Kilometern. Die Einschlagkrater auf der Erde lassen sich am besten aus dem All erkennen. Dieser hat sich mit Wasser gefüllt, ein See. Hier zwei weitere Seen in zwei Kratern. Und hier wieder in Australien der Wolf Creek. Der im trockenen Outback gut erhaltene Krater hat einen Durchmesser von 850 Metern und ist rund 300.000 Jahre alt. Das ist relativ jung und klein im Vergleich zu Australiens größtem Krater, der vor 142 Millionen Jahren in die Erdkruste geschlagen wurde. Gosses Bluff hat einen Durchmesser von mehr als 20 Kilometern. Der Meteor Crater in Arizona, USA entstand vor 50.000 Jahren durch ein Nickel-Eisengeschoss. Kleinere Projektile treffen tagtäglich auf die Erde. Die meisten verglühen wie dieser Feuerball in der Atmosphäre, bevor sie die Oberfläche erreichen. Manchmal sind sie interessanter zu beobachten als ein Football-Match. Jedes Jahr regnen 16.000 Tonnen kosmischer Trümmer auf die Erde nieder. Ein Trümmerteil, das die Erdoberfläche erreicht, ist ein Meteorit, so wie dieser, schwarz verbrannt von seinem Sturz durch die Atmosphäre. Dieses solide Eisenstück stammt von einem Meteoriten, der über Russlands Osten explodiert ist und die Oberfläche mit kosmischen Kanonenkugeln spickte. Ein Geschoss aus dem All, das über Nordamerika die Atmosphäre streifte und ins All zurückgeschleudert wurde. Kleinere Meteorite sind keine wirkliche Bedrohung, aber Asteroiden mit einem Durchmesser von einem Kilometer und mehr würden die Menschheit ausradieren, so wie früher die Dinosaurier. Wie kann die Erde vor solchen Geschossen geschützt werden? In New Mexico gibt es eine Reihe von Teleskopen. Sie sind Teil eines Projektes mit dem Namen Linear, ein Gemeinschaftsunternehmen der NASA und der US-Luftwaffe, ein automatisiertes System, das neue Asteroiden orten soll. Tausende sind schon registriert worden. Von besonderem Interesse sind erdnahe sehr schnelle Objekte, Asteroiden also, die der Erde gefährlich werden könnten. Einmal identifiziert, werden sie vom Radar erfasst. Mit den Schüsseln des Deep Space Network werden ihre Größe, Form, Rotation und Geschwindigkeit registriert. Kastalia. Er sieht aus wie eine Erdnuss. Vermutlich sind es zwei Asteroiden. Oder so wie Geographos gibt es etwa tausend erdnahe Asteroiden mit einem Durchmesser von mehr als einem Kilometer. Eros, der am besten erforschte Asteroid. Das sind Originalbilder des Asteroiden. Eros ist 33 Kilometer lang. Die Raumsonde Near Shoemaker hat 160.000 Bilder des Asteroiden zur Erde gefunkt. Hunderte Krater haben seine Oberfläche aufgerissen, aber der Kern des Asteroiden ist hart wie Fels. 2001 ist die Sonde auf Eros gelandet. Glücklicherweise ist dieses fliegende Ungeheuer keine Gefahr für die Erde. Aber eine direkte Bedrohung durch Asteroiden ist unausweichlich. Deswegen gilt es, wachsam zu bleiben, um rechtzeitig handeln zu können. Eine Möglichkeit wäre, mit speziellen Reflektoren gebündeltes Sonnenlicht auf den Asteroiden zu werfen. Die dadurch ausgelöste Masseeruption würde vielleicht seinen Kollisionskurs ändern. Eine andere Möglichkeit wäre ein Raketentriebwerk, das wie ein Außenbordmotor an den Asteroiden andocken würde und ihn in einen sicheren Orbit umlenkt. Wenn die Vorwarnzeit zu kurz ist, bliebe nur die nukleare Option. Mit einem Gefechtskopf könnte der Asteroid zerstört werden. Seine Bruchstücke könnten dann allerdings als Asteroidenschauer auf die Erde niedergehen. Dieses Szenario ließe sich vermeiden, wenn man den Asteroiden nicht frontal beschießt, sondern von der Seite und den Gefechtskopf vor dem Einschlag detonieren lässt. Durch dieses Manöver würde der Asteroid von seinem Kollisionskurs abgebracht. Aber noch ist die Erde sicher. Keiner der bisher erfassten Asteroiden stellt eine Bedrohung für unseren Planeten dar. Und die Bahnen aller neu identifizierten Objekte werden heute innerhalb eines Tages berechnet. Bisher waren sie alle okay. Die großen Monde des Jupiter. Entdeckt wurden sie vor 400 Jahren vom Astronomen Galileo. Sie sind so groß, dass er sie selbst durch sein sehr einfaches Teleskop erkennen konnte. Jupiter hat mindestens 60 Monde, viele von ihnen kaum größer als ein Felsbrocken. Mehr als fünfmal so weit wie die Erde von der Sonne entfernt, benötigt der Jupiter mit seinen drei hauchdünnen Staubringen fast zwölf Jahre für einen Orbit um die Sonne. Der Jupiter ist der größte Planet. Sein Durchmesser von fast 143.000 Kilometern entspricht dem Zwölffachen der Erde. Und unser Planet würde 1323 Mal in den Jupiter passen. Um die Statistik zu ergänzen, die Erdachse ist um 23,4 Grad geneigt, die des Jupiter nur um 3 Grad. In der Mythologie war Jupiter der Herrscher über Himmel und Erde. Aber im Vergleich zur Sonne ist er ein kleiner Herrscher, nicht annähernd ein Stern. Dennoch ist der Jupiter größer als alle anderen Planeten zusammen. Ein riesiger Ball aus Gas, 90% Wasserstoff, der Rest hauptsächlich Helium, der sich in weniger als 10 Stunden um die eigene Achse dreht. Im Jahr 2000 passierte die Cassini-Sonde auf ihrem Weg zum Saturn, den Jupiter, und funkte diese Wetterbilder zur Erde. Die weißen und gelben Zonen sind hohe Wolkenbänder, die roten und braunen niedrige. Sie treiben in entgegengesetzter Richtung um den Planeten. Die Zeitrafferaufnahmen zeigen, wie die Wirbel und Stürme um den Planeten jagen. Das Gesicht eines Planeten ohne feste Oberfläche. Unten links der große rote Fleck, ein Sturm, der seit Jahrhunderten wütet. Der gewaltige Antizyklon ist dreimal so groß wie die Erde. Cassini fotografierte auch die Polregionen. Die wenigen Wolkenstreifen lassen darauf schließen, dass das Wetter hier ruhiger ist. 1989 startet ein Space Shuttle mit der Raumsonde Galileo an Bord. Der erste Kontakt. Sie taucht in die hauchdünne, eisige Stratosphäre. Darunter Eiswolken mit ähnlichen Druckverhältnissen wie auf der Erde. Weiter unten stinkendes Gas. Druck und Temperatur nehmen zu. Nachdem sie Stürme und Blitze überlebt hat, geht die Sonde in einer Atmosphäre 18 mal dichter als die irdische verloren. In einer Stunde hat die Sonde nur in die Haut der Atmosphäre eindringen können. Der Jupiter verfügt über fünf Wolkenschichten. Zuoberst die dünne Stratosphäre, darunter Wolken aus gefrorenem Ammoniak. Die mittlere Schicht setzt sich aus stinkendem Ammoniumhydrosulfid zusammen. Darunter liegt eine Schicht aus Wassereiskristallen und dann Wasser, wie ein tiefer, warmer Ozean auf der Erde. Unter der Atmosphäre liegt eine 1000 Kilometer dicke und 2000 Grad Celsius heiße Schicht, in der sich der Wasserstoff verflüssigt. Noch weiter unten wandelt sich der Wasserstoff zu einer metallischen Flüssigkeit. Im kleinen Gesteinskern des Jupiter herrschen Temperaturen von 23.000 Grad. Das starke Magnetfeld des Jupiter hat seinen Ursprung in elektrischen Induktionen im Bereich des metallischen Wasserstoffs. An den Polen leuchten Auroren auf. Elektrisch geladene Partikel aus dem All reagieren mit Teilchen in der oberen Atmosphäre. Das Magnetfeld des Jupiter ist das größte des Sonnensystems. Wären sie von der Erde aus sichtbar, würden die Kraftlinien größer als der Mond erscheinen. Wie ein Donut liegt in diesem Magnetfeld ein ringelektrisch geladener Teilchen, der Io-Torus. Der Ring verfügt über eine Energie von 2 Trillionen Watt, verursacht durch den Mond Io, der innerhalb des Torus seinen Orbe zieht. Nachdem Galileo die Sonde über dem Jupiter abgeworfen hatte, passierte er auch den Io, den innersten großen Mond des Jupiter. Io ist größer als unser Mond, hat aber keine Krater. Andauernde vulkanische Eruptionen erneuern die Oberfläche fortlaufend und versorgen den Io-Torus mit geladenen Partikeln. Die Oberfläche des Io ähnelt der einer brodelnden Pizza. Io ist der vulkanisch aktivste Ort des Sonnensystems. Die extremen Schwerkräfte des Jupiter auf der einen Seite und des Nachbarmondes Europa auf der anderen lassen Io nicht zur Ruhe kommen. Das ist der größte Mond des Jupiter, Ganymede. Er hat einen Durchmesser von mehr als 5200 Kilometern. Damit ist er sogar größer als der Merkur. Seine auffälligste Oberflächenstruktur ist diese dunkle Scheibe. Galileo Regio. Daneben zeigen sich zahlreiche Einschlagkrater, Rinnen und Brüche. Die Bergkämme sind bis zu 1000 Meter hoch. Galileo konnte ein schwaches Magnetfeld messen, das Rückschlüsse auf das Innere des Mondes zulässt. Unter der Kruste könnte demnach eine Schicht aus Wasser und Eis liegen, dann eine Gesteinsschicht und ein Kern aus Metall. Galileo passierte auch den Mond Callisto. Der äußere der vier großen Jupiter-Monde ist mit Kratern übersät. Das Valhalla-Becken, 3000 Kilometer im Durchmesser. Ein anderer Einschlagkrater, das Asgard-Becken. Callisto hat eine Kruste aus Eis und Fels, die ein salziges, flüssiges Inneres umschließt. Der vierte große Mond des Jupiter ist Europa. Europa ist eine fantastische Welt aus Eisgebirgen und Gletscherspalten. Ständig brechen die Eisplatten auf und schieben sich übereinander. Die weißen Flächen sind Wassereis. Die roten, verschmutztes Eis, das Salz und Silikate enthält. Diese Sommersprossen lassen vermuten, dass warmes Eis aus den Tiefen nach oben steigt und kaltes Eis absinkt. Ähnlich den Meeren auf der Erde könnte im Inneren Europas ein Ozean existieren. Und was für ein Ozean. Abgeschlossen unter einer Eiskruste, die von wenigen Metern bis zu mehreren Kilometern dick ist. Ein tiefer, salziger und warmer Ozean, aufgeheizt durch die Gezeitenkräfte von Ganymed und Io. Und wie auf der Erde gibt es dort vielleicht auch unterseeische vulkanische Aktivitäten. Galileo konnte elektrische Ströme unterhalb der Kruste messen. Ein Beleg für die mögliche Existenz eines Ozeans. Die Wissenschaftler waren begeistert und entwickelten einen Satelliten, der Europa, Callisto und Ganymed besuchen soll, die auch über Ozeane verfügen könnten. Der Jupiter-Icy-Moons-Orbiter. Zuerst wird er alle Daten von Callisto sammeln und diese mit denen von Ganymed vergleichen. Dem zweiten Ziel der Mission. Gibt es Ozeane? Wie sind sie entstanden? Könnte sich hier Leben entwickelt haben? Nachdem der Satellit sein letztes Ziel, Europa, erreicht hat, wird er nach den dünnsten Stellen in der Eiskruste suchen. Später wird eine zweite Sonde zum Europa fliegen, die mit einer Landeeinheit ausgerüstet ist. An einer dünnen Stelle im Eis wird sie landen und versuchen, sich durch das Eis in den Ozean hineinzubohren. Ein Unterwasserroboter wird dann die Suche nach Leben beginnen. Sollte er einfache Organismen finden, haben sich diese vielleicht wie auf der Erde in der Nähe der hydrothermalen Schlote entwickelt. Vom winzigen, felsigen Mond Amaltäa bis hin zum Giganten Io. Der Jupiter ist ein Miniatur-Sonnensystem. Auf Europa könnte es wie auf der Erde Ozeane und Leben geben. Ganymed ist wie Jupiter der Gigant des Systems. Und Callisto ist wie der Mars, der äußerste seiner Klasse. Weiter draußen ein Schwarm kleinerer Monde, das Jupiter-System. Ein Fluss aus flüssigem Ethan. Temperaturen um die minus 180 Grad Celsius. Ein See aus flüssigem Kohlenwasserstoff mit schwarzen Teerablagerungen. Die Atmosphäre schlimmer als der dichteste Schmuck. Stickstoff, durchsetzt mit Propan, Acetylen und Nebeln aus Methan. Das ist die Welt des Titanen, des größten Saturn-Mondes. Ein exotischer Mond in einem fantastischen Reich, dem Reich des Saturn, des Herrn der Ringe. Der sechste Planet der Sonne braucht fast 30 Jahre für einen Orbit um die Sonne. Mit einem Durchmesser von 120.000 Kilometern, das Neunfache der Erde, ist Saturn der zweitgrößte Planet. Der Saturn könnte die Erde 752 Mal schlucken. Die Achse der Erde ist um 23,4, die des Saturn um 27 Grad geneigt. In einem Glas voll Wasser, natürlich groß genug, würde der Saturn schwimmen. Der riesige Gasball verfügt nur über sieben Zehntel der Dichte des Wassers. Wie der Jupiter hat auch der Saturn keine feste Oberfläche. Zu sehen sind nur die Wetterbänder in seiner Atmosphäre. Die hier eingefärbten Wetterbänder zeichnen sich nicht so deutlich voneinander ab wie beim Jupiter, weil die Wolken des Saturn tiefer in der Atmosphäre liegen. Zwei Antizyklone, Hochdruckwirbel. Ein Jetstream. Auf dem Saturn toben die stärksten Winde des Sonnensystems. Der Saturn dreht sich extrem schnell, in weniger als elf Stunden einmal um die eigene Achse. Dadurch wird der riesige Gasball, wie der Jupiter auch, gestaucht. Der Saturn besteht zu 94 Prozent aus Wasserstoff. Der Rest hauptsächlich Helium. Es gibt fünf Wolkenschichten. Zuoberst die Stratosphäre. Dann Ammoniak-Eiskristalle. Ammonium-Hydrosulfid. Wasser-Eiskristalle. Darunter Wassertropfen. Mit der Tiefe nehmen Hitze und Dichte zu. In 1000 Kilometern Tiefe verflüssigt sich der Wasserstoff. Ab 25.000 Kilometern Tiefe wird er metallisch. Im festen Kern des Saturn herrschen Temperaturen von 15.000 Grad Celsius. Das Magnetfeld des Saturn wird vermutlich durch elektrische Ströme im flüssig-metallischen Wasserstoff erzeugt. Das Magnetfeld fängt elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes ein. Es kommt zu Auroren über den Polregionen. Die Partikel werden entlang der Kraftlinien in die Atmosphäre gezogen, nachdem sie eine Reise zehnmal so weit wie die Entfernung Erde-Sonne hinter sich haben. Die Ringe des Saturn. Weniger als ein Kilometer dick, aber bis zu einer halben Million Kilometer breit. Die hellsten Ringe, die schon mit einem einfachen Teleskop zu sehen sind, würden sich von der Erde bis zum Mond erstrecken. Die dunkleren Ringe, fast unsichtbar, würden noch weiter reichen. Die Sicht auf die Ringe von der Erde aus ändert sich ständig, weil der Saturn um die Sonne läuft und eine geneigte Achse hat. Ein Blick fast auf die Kante, der sich mehr und mehr öffnet. Diese Linie zwischen den Ringen ist die Kassinische Teilung. Die schmale Trennlinie im Ring A ist die Enke-Teilung. Der Saturn hat sieben Ringe. Jeder wird mit einem Buchstaben bezeichnet. Das ist Ring C, weniger hell als A und B. Wie alle anderen Ringe setzt er sich aus Hunderten von Ringen zusammen. Eine Zeitrafferaufnahme des B-Rings. Die dunklen Flecken sind vermutlich Staub, der durch elektrostatische Kräfte aufgewirbelt wird. Die Gravitationskräfte des Saturn verhindern, dass sich die Teilchen der Ringe vom Staubkorn bis zur Größe eines Lastwagens zu Monden formen. Die Ringe sind vielleicht die Überreste eines Mondes, der dem Saturn zu nahe kam, oder sie stammen von der Kollision zweier Monde. Im Laufe der Jahre werden sie vom Saturn geschluckt werden. Die Ringe D, E und G sind dunkel, fast unsichtbar. Der schmalste Ring ist der F-Ring außerhalb des A-Rings. Er wird durch die Hirtenmonde Atlas und Prometheus zusammengehalten. Der Saturn hat mehr als 30 Monde und es kommen immer noch welche dazu. Die Trabanten sind die einzigen soliden Körper des Gasgiganten. Der kleine Saturnmond Mimas. Ein Geschoss hat einen riesigen Krater in die Oberfläche geschlagen. Wäre es etwas größer gewesen, hätte es den ganzen Mond pulverisiert. Doppelt so groß wie Mimas mit einem Durchmesser von 500 Kilometern Enceladus. Eisige Partikel, vermutlich aus dem E-Ring, lassen den Mond hell erstrahlen. Ähnlich vereist und doppelt so groß Tethys. Ein Grabenbruch zieht sich fast vollständig um den Mond. Noch etwas größer der Mond Dione. Zahlreiche Krater und Grabenbrüche zeichnen die eisige Oberfläche des Trabanten. Eine Nahaufnahme von REA. 1500 Kilometer im Durchmesser mit einer Oberfläche, die Einschläge der letzten viereinhalb Milliarden Jahre dokumentiert. Das ist Hyperion. Seine Oberfläche ähnelt der eines Schwamms. Dunkle Flecken auf einer vereisten Oberfläche zeigt der Japetus mit einem Durchmesser von 1400 Kilometern. Der kleine Satellit Vöber hat einen gegenläufigen Orbit. Eine Klasse für sich ist der Titan. Der einzige große Mond des Saturn. Größer als der Merkur, verbirgt der Titan seine Oberfläche unter einer dichten Atmosphäre. Mit Infrarotkameras gelang es jedoch, die Atmosphäre zu durchdringen. Das Hubble-Teleskop konnte zwei deutlich verschiedene Oberflächenstrukturen identifizieren. Vielleicht Kontinente und Ozeane. So könnte es dort aussehen. Meere aus flüssigem Kohlenwasserstoff, Felsen überzogen mit Kohlenwasserstoffschlamm. Eine Atmosphäre wie auf der Erde, reich an Stickstoff, aber zehnmal dichter, angereichert mit Methangasen. Methan, vom Sonnenlicht gespalten, produziert organische Moleküle. Die Frage ist, ob diese lange Proteinketten bilden können, eine Voraussetzung für Leben. Ist der Titan eine Erde im Tiefkühlzustand? 1997 wurde der bisher schwerste Satellit aller Zeiten, Cassini, ins All geschossen, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Nach drei Swing-By-Manövern, einmal vorbei an der Venus, zweimal an der Erde, erreichte Cassini drei Jahre später den Jupiter. Noch einmal durch den Riesenplaneten beschleunigt, brauchte Cassini weitere vier Jahre zum Saturn. Über dem Titan wird der Satellit dann eine Landeeinheit, die Sonde Huygens, absetzen. Huygens wird in die Atmosphäre eintauchen, die Bremsfallschirme öffnen und gleichzeitig erste Proben nehmen. Die Daten werden via Cassini zur Erde gefunkt. Huygens muss weich auf dem Titan aufsetzen. Die eisige Oberfläche ist stahlhart. Ohne Sonnenzellen ausgerüstet, hat Huygens jetzt noch Energie für 30 Minuten. Während es Ethan und Methan schneit, übermittelt die Sonde ihre Daten. Die Sonde ist schwimmfähig, sollte sie auf einem Meer niedergehen. Wenn alles glatt läuft, wird Huygens 2005 auf dem Titan landen und vielleicht klären können, ob hier Bausteine des Lebens existieren. Aber auch wenn dies der Fall ist, werden noch viele Jahre vergehen, bis der Mensch zum Saturn aufbricht. 1977 verlässt die Voyager 2 die Erde zur bisher weitesten Expedition ins All. Zusammen mit Voyager 1 sind zwei Sonden auf dem Weg zum Jupiter. Mit einem Swing-By geht es weiter Richtung Saturn. Hier trennen sich ihre Wege. Voyager 1 verlässt das Sonnensystem, während Voyager 2 mit einem weiteren Swing-By beschleunigt wird, um neun Jahre nach ihrem Start von der Erde den Uranus zu erreichen. Und drei Jahre später, 1989, den Neptun. Durch das Swing-By-Manöver vorbei am Jupiter wurde Voyager 1 auf 48.000 Stundenkilometer beschleunigt. Eine günstige Planetenkonjugation nutzend, die nur alle 176 Jahre auftritt, wurde Voyager 2 vom Saturn noch einmal Richtung Uranus beschleunigt. Nach zwölf Jahren erreichte Voyager 2 den Neptun. Ohne Swing-By hätte dieselbe Reise 30 Jahre gedauert. Selbst ein Funksignal braucht von dort mehr als vier Stunden, um die Erde zu erreichen. Goldene Scheiben auf beiden Voyager-Sonden enthalten Informationen über die Erde und unser Sonnensystem. Aber es werden noch tausende Jahre vergehen, bis die Sonden den nächsten Stern erreichen. Von unserem Stern, der Sonne, ist der Uranus 2,8 Milliarden Kilometer entfernt. Das ist genau die doppelte Entfernung des Saturn. Voyager 2 funkte die ersten Nahaufnahmen zur Erde. Uranus ist ein Gasball mit Ringen. Sie wurden von einem Astronomen entdeckt, der das Flackern eines Sterns bemerkte, als er den Neptun passierte. Die elf Ringe sind dunkel und schmal. Der Uranus ist ein Gigant mit dem vierfachen Erddurchmesser. Aber im Vergleich zum Jupiter wirkt der drittgrößte Planet des Sonnensystems bescheiden. Die Erde passt 64 Mal in den riesigen Gasball. Der Uranus dreht sich rückwärts. Er hat eine Achsneigung von 98 Grad, die Erde von 23 Grad. Voyager konnte kaum Strukturen in der Oberfläche der Atmosphäre ausfindig machen. Erst mit dem Hubble-Teleskop und mit Infrarotkameras ließen sich Wetterphänomene und Wolken bestimmen. Unter einer minus 220 Grad kalten Wolkendecke aus Methan liegen vier weitere Wolkenschichten. Zuoberst ein Smog aus Kohlenwasserstoffen. Dann Methan und Wasserstoff. Ammonium-Hydrosulfid. Dann eine Übergangszone, in der sich die Gase verflüssigen. Und im Inneren ein Gemisch aus Wasserstoff, Helium und Eis. Noch weiter im Inneren ein seifiges Wassermethangemisch. Und, seltsam für einen Gasgiganten, sein Kern ist nicht sehr heiß. Noch seltsamer ist das Magnetfeld. Es hat eine extreme Neigung und verläuft nur durch eine Hälfte des Planeten. Vermutlich entstehen die Kraftlinien nicht im Kern, sondern in einer der Schichten darüber. Die Monde und Ringe des Uranus von oben betrachtet. Die meisten Ringe sind weniger als 10 Kilometer breit. Sie bestehen aus dunklem Kohlenstoffhaltigem Material. Und so könnten sie entstanden sein. Durch einen Einschlag wurde der Mond Miranda zertrümmert. Aus den Trümmern haben sich dann sowohl die Ringe wie auch der Mond neu geformt. Eine Kollision mit einem Geschoss von der Größe der Erde hat den Uranus vermutlich auf die Seite gekippt. Beide Theorien sind unbewiesen und umstritten. Aber die chaotischen Konturen von Miranda würden die eine Theorie untermauern. Die eisige Welt von Miranda, 480 Kilometer im Durchmesser, ist ein geologisches Wunder. Man glaubt, dass die Kruste von nach oben drängendem, halb geschmolzenem Eis aufgerissen wird. Diese Felsenwände sind 15 Kilometer hoch. Bei der schwachen Schwerkraft Mirandas würde es 14 Minuten dauern, bis man auf dem Grund aufschlägt. Mehr als zweimal so groß ist der Mond Ariel, der ebenfalls von Rissen durchzogen ist. Die Kruste des noch etwas größeren Umbriel ist von Einschlagkratern gezeichnet. Mit einem Durchmesser von mehr als 1500 Kilometern ist Titania der größte Mond des Uranus. Der etwas kleinere Oberon ist der äußere der großen Monde. In der Mythologie ist Uranus der Vater des Jupiter und des Neptun. Für Voyager 2 war der Neptun die nächste Station. Der Gott der Meere, der letzte Gasgigant, benötigt 165 Jahre für einen Orbit um die Sonne. Probleme bei der Positionsbestimmung des Uranus führten zur Entdeckung des Neptun. Der Uranus beschleunigt, wenn er sich dem Neptun nähert. Hat er ihn überholt, verlangsamt er seine Umlaufgeschwindigkeit wieder. Das war's. Die Schwerkräfte des Neptun beeinflussten den Orbit des Uranus. Diese Ablenkung berechnend entdeckten Astronomen den Neptun. Mit dem Vierfachen des Erddurchmessers ist Neptun wesentlich kleiner als Jupiter, aber fast so groß wie der Uranus. Die Erde passt 58 Mal in den Neptun, 64 Mal in den Uranus. Der Neptun hat jedoch eine größere Dichte und Masse als der Uranus und nur eine Achsneigung von 30 Grad. Die Erde im Vergleich 23 Grad. Im Gegensatz zum Uranus lieferte der Neptun für die Kameras der Voyager interessante Oberflächenstrukturen. Am deutlichsten zu erkennen der große dunkle Fleck, ein Antizyklon südlich des Äquators. In 16 Tagen wirbelt der Sturmgigant einmal um seine Achse. Weiter südlich ein Zyklon mit dem Namen D2 oder Auge des Zauberers. Der Neptun ist ein stürmischer Planet. Hier ziehen Zirruswolken in Bändern durch die äußere Atmosphäre. In 16 Stunden und 7 Minuten rotiert das Innere des Neptun um die eigene Achse. Die verschiedenen Wolkenbänder jedoch drehen sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, weil der Neptun ein Gasplanet ist und weil einige Stürme am Äquator entgegen der Rotationsrichtung wehen. Nach Voyager warf das Hubble-Teleskop einen Blick auf den Neptun. Der große dunkle Fleck war verschwunden. Sechs Jahre später ein weiterer Blick mit dem Hubble-Teleskop. Die Atmosphäre des Neptun war völlig klar. Wie beim Uranus betragen die Temperaturen in der oberen Wolkendecke minus 220 Grad. Auch die Schichtung der Wolken ist ähnlich. Zuoberst Nebel aus Kohlenwasserstoffen, dann ein Gemisch aus Methan und Wasserstoff und gefrorenes Ammoniak, das auf Sulfide regnet. Darunter eine Übergangszone, in der sich das Gas verflüssigt. Im Inneren ein Gemisch aus Wasserstoff, Helium und seifigem Eis. Noch weiter innen Wassereis und Methan und ein fester heißer Kern, der mehr Hitze ausstrahlt, als er von der Sonne aufnimmt. Der Neptun hat ein außergewöhnliches Magnetfeld. Mit einer Achsneigung von 47 Grad verläuft die Achse näher an der Oberfläche als am Kern. Und wie bei allen Gasgiganten haben die Kraftlinien eine der Erde entgegengerichtete Polarität. Der Neptun hat zwei größere und einen kleineren inneren Ring. Der äußere Ring variiert in seiner Stärke. An manchen Stellen haben sich Teilchen zu Bögen zusammengeklumpt. Neptun hat zehn kleine Monde und einen großen Mond, den Triton. Triton hat einen Durchmesser von 2700 Kilometern und eine reflektierende Oberfläche mit der größten bekannten Vielfalt an Eis und der tiefsten bekannten Temperatur im Sonnensystem, minus 235 Grad Celsius. Die minimale Wärme, die nicht vom Mond reflektiert wird, schmelzt Stickstoff, der hoch in die hauchdünne Atmosphäre hinausgetragen wird. Alles das passiert viereinhalb Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Finster, winzig und kalt, das ist der äußerste Planet unseres Sonnensystems. Pluto ist so dunkel, dass er erst 1930 entdeckt wurde und erst Jahre später, 1978, sein Mond Charon. Entdeckt wurde Pluto von einem einfachen Bauernjungen aus Kansas, Clyde Tombow. Seit der Entdeckung des Uranus 1781 und des Neptun 1846, war er der erste, der wieder einen neuen Planeten fand. Vom Landleben gelangweilt, bestieg Tombow einen Zug. Es sollte eine Reise werden, die ihn von der Landwirtschaft zur Astronomie führte. Beeindruckt von den Beobachtungen, die er an seinem einfachen Teleskop zu Hause gemacht hatte, bot man ihm einen Job am Lowell Observatorium in Flagstaff, Arizona an. Dort nahm er Teil an der Jagd nach dem Planeten X. Der Gründer des Observatoriums, Percival Lowell, war regelrecht besessen von dieser Suche. Erfolglos und frustriert war er 14 Jahre zuvor gestorben. Aber die Suche ging weiter. Lowell war überzeugt von der Existenz eines Planeten X. Anders wären die Abweichungen in den Orbits von Uranus und Neptun nicht zu erklären. Aber Lowells Reputation war umstritten. Schon zu oft hatte er von Beobachtungen berichtet, die sich als trügerisch erwiesen hatten. Kometensichtungen oder Kanäle auf dem Mars. 25 Jahre schon wehrte die Suche nach dem Planeten X, als Tombo seine Arbeit am Observatorium aufnahm. Dieses kleine Teleskop war sein Fenster zum Himmel. Nacht für Nacht wurde der Himmel auf großen Glasplatten, die stundenlang belichtet werden mussten, fotografiert. Dieses mühsame Sammeln von Daten war vor allem in den eiskalten Winternächten eine aufreibende Tätigkeit. Nach 25 Jahren erfolgloser Suche war die Moral auf den Nullpunkt gesunken. Die frischen Augen von Tombo waren willkommen. Und bald sollte er eine zusätzliche Aufgabe bekommen. Er verglich die Bilder von kleinen Himmelsabschnitten, die im Abstand von mehreren Nächten aufgenommen worden waren. Er legte sie übereinander und konnte so Objekte bestimmen, die sich innerhalb des Sonnensystems vor dem Hintergrund der Fixsterne bewegten. Er bearbeitete die Platten systematisch wie ein Kornfeld. Jeder Himmelsabschnitt zeigte tausende Objekte. Und jeder Teil eines Himmelsabschnitts hunderte von Sternen, Galaxien oder Clustern. Auf der Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen sichtete Tombo mehr als 45 Millionen Objekte. Jeweils nach einer halben Stunde unterbrach er seine Arbeit für 15 Minuten. Die Anforderungen an seine Konzentration waren immens. Aber nach sechs Monaten hatte Tombo endlich den springenden, leuchtenden Punkt gefunden. Immer wieder verglich er die Platten aufs Neue, bevor er den Direktor des Observatoriums, Dr. Slyther, von seiner Entdeckung informierte. Dr. Slyther, ich habe Ihren Planeten X gefunden. Wie eine Feder sprang er aus seinem Stuhl hoch, ein Ausdruck der Freude, aber auch der Zurückhaltung in seinem Gesicht. Slyther ordnete Stillschweigen an. Am nächsten Abend konnte er endlich seine Fotos machen. Und wie erwartet, das Objekt hatte sich von seiner früheren Position bewegt. Clyde Tombo, 24 Jahre alt, hatte den Planeten X endlich gefunden. Aber am Observatorium spielte man seine Rolle herunter. Und selbst heute kennen die Menschen in Flagstaff den Namen des wahren Entdeckers kaum. Die meisten glauben immer noch, es sei Lowell gewesen. Lowells Schatten war übermächtig. Der Planet X, Pluto, wurde automatisch ihm zugeschrieben. Aber es waren die Fähigkeiten und die Ausdauer Tombows, die zur Entdeckung des Plutos geführt hatten. Er hatte den Ruf des Observatoriums wiederhergestellt. 1945 musste Direktor Slyther Tombo wegen angeblich fehlender Mittel entlassen. Eine bittere Pille für Tombo, der nach dem Krieg seine Forschungsarbeit wieder aufnehmen wollte. 50 Jahre später glaubte Tombo immer noch, dass Pluto der wahre Grund war. Er war eifersüchtig, dass ich ihn gefunden hatte. Tombo ging nach White Sands, New Mexico in die Raketenentwicklung, ein Vorläufer des NASA-Raumfahrtprogramms. Ein Jahrzehnt später kehrte er zur Astronomie zurück. An der New Mexico State University, Las Cruces, erhielt er einen Lehrstuhl für Astronomie. Der Professor, der einen Planeten gefunden hat. Pluto ist kein gewöhnlicher Planet. Die Ebene seiner Umlaufbahn ist zu der der anderen Planeten geneigt. Die Umlaufbahn selber ist eine exzentrische Ellipse. Am sonnennächsten Punkt seines Orbits steht Pluto noch innerhalb der Umlaufbahn des Neptun. Pluto am äußersten Punkt seiner Umlaufbahn. Fast 250 Jahre braucht er für einen Orbit um die Sonne. Pluto hat einen Mond, der nach dieser Frau benannt ist. Ihr Mann, Jim Christie, entdeckte den Plutomond. Viele Männer versprechen ihren Frauen den Mond. Jim hat sein Versprechen gehalten. Jim Christie hatte den Mond auf Fotografien des US Naval Observatoriums in Flagstaff entdeckt. Er schlug vor, den Mond nach seiner Frau zu benennen, Charon. In der Mythologie war Charon der Fährmann, der Pluto in die Unterwelt brachte. Auf dieser Fotoplatte ist nichts von Charon zu sehen. Auf dieser erscheint der Pluto gedehnt. Die Auswölbung ist Charon, ein vergleichsweise großer Mond mit einem Fünftel der Masse des Pluto. Die zwei Himmelskörper sind wie ein Doppelplanet. Sie rotieren in weniger als 20.000 Kilometer Entfernung umeinander. Ein Orbit dauert sechseinhalb Stunden. Im Vergleich zur Erde ist der Pluto winzig. Selbst unser Mond hat sechsmal mehr Masse. Und Lowells Annahme war falsch. Plutos Masse reicht nicht aus, die Orbits von Uranus oder Neptun zu beeinflussen. Die Rotationsachse der Erde ist um 23,4 Grad geneigt, die des Pluto um 122 Grad gekippt. Bei ihrer Bewegung um die Sonne zeigen Pluto und Charon von der Erde aus wechselnde Ansichten. Nur diese Position ist für Astronomen ein günstiger Beobachtungswinkel. Die Eklipsen zwischen Charon und Pluto sind ein Fenster für Astronomen, das ihnen einen Blick auf die Oberfläche des Pluto gewährt. Diese Aufnahmen stammen von Eklipsen zwischen 1985 und 1990. Das beste Pluto-Bild, das von der Erde aus gemacht werden konnte. Das Hubble-Teleskop konnte Regionen verschiedener Helligkeit auf der Oberfläche identifizieren. Wissenschaftler glauben, dass sie aus Eis besteht, während das Innere des Pluto ein Gemisch aus Fels und Eis ist. Am innersten Punkt seines Orbits ist der Pluto fast 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Am weitesten Punkt mehr als 7 Milliarden Kilometer. Letzterer liegt bereits im Kuiperring, eine Zone gefrorener Himmelsobjekte, deren größter Pluto ist. Hunderttausende dieser Objekte mit einem Durchmesser von mehr als 100 Kilometern werden hier vermutet. New Horizons Eine Raumsonde, die zum Pluto fliegen wird. 2015 soll sie Bilder und Daten von der einzigen Welt im Sonnensystem liefern, die bisher nicht näher erforscht wurde. Nach Pluto und Charon wird die Sonde weiter in den Kuiperring fliegen. Clyde Tombaugh wird die Ergebnisse dieser Mission nicht mehr erfahren können. Er starb 1997. Hätte er gerne den Pluto besucht? Sicher nicht. Seine langen Nächte am Teleskop waren schon kalt genug, aber die Temperaturen dort liegen unter minus 200 Grad Celsius und am sonnenfernsten Punkt des Pluto-Orbits gefriert selbst seine Atmosphäre. Am Nachthimmel, der sich durch die Erdrotation scheinbar über uns hinfort bewegt, gibt es mehr zu beobachten als Sterne, Planeten oder den Mond. Es sind Besucher aus dem All, Nomaden, die plötzlich auftauchen, manchmal wochenlang am Himmel leuchten, um dann so plötzlich zu verschwinden, wie sie gekommen sind. Die Kometen. Die Entstehung des Sonnensystems erklärt auch die Kometen. Im heißen Zentrum kondensierten die schweren Elemente Metalle und Silikate. Die inneren Planeten bestehen hauptsächlich aus diesen Elementen. Weiter draußen, in den kühleren Regionen der Gasgiganten und des Kuiperrings, kondensierten die leichten Elemente, gefrorenes Methan, Wasser und Ammoniak. Noch weiter draußen bildete sich eine Zone aus gefrorenen Objekten, die Ortsche Wolke. In der Ortschen Wolke und im Kuiperring haben die Kometen ihren Ursprung. Durch die Gravitationskräfte eines Nachbarsterns wird der Komet in eine Umlaufbahn um die Sonne geschossen. Wenn er der Sonne näher kommt, beginnt das Eis durch die zunehmende Wärme zu verdampfen. Der Komet bildet einen Schweif aus. Der Komet ist jetzt auf einer weiten elliptischen Bahn um die Sonne gefangen. Zeitrafferaufnahmen eines Kometen mit einem blaufluoreszierenden Schweif, hervorgerufen durch die Ultraviolettstrahlung der Sonne. Kometen bilden zwei Schweife aus. Einen blauen aus Gas, einen gelben aus Staub. Eine Sonnenwindböe kann den Gasschweif für kurze Zeit unterbrechen. Auf dem Weg zurück in die äußeren Regionen des Sonnensystems verliert der Komet seinen Schweif. Der Kometenschweif weist immer von der Sonne weg. Der Sonnenwind, elektrisch geladene Partikel, reißt Gasteilchen aus dem Kometen und verursacht den Gasschweif, der sich über 100 Millionen Kilometer ziehen kann. Der breitere, aber kürzere Staubschweif wird durch den Strahlungsdruck der Sonne geformt und ausgerichtet. Kommt der Staubschweif eines Kometen in Erdnähe, tauchen Staubteilchen in die obere Atmosphäre ein, verglühen dort und leuchten als Meteorschauer auf. Es ist nicht möglich, Kometen in unmittelbarer Sonnennähe zu beobachten. Es sei denn, man blendet die Sonne aus. Dann tauchen sie auf. Hier zusammen mit einer Sonneneruption. Einige entkommen der Sonne nicht mehr. Kometen kreuzen die Planetenbahnen auf willkürlichen Orbits. Die Sonne ist der Herrscher der Kometen. Aber dieser rote Komet wird auch durch den Jupiter beeinflusst. Die zwei größten Körper im Sonnensystem zwingen ihn auf eine elliptische Bahn. Er stürzt auf die Sonne. Er streift die Sonne. Kometen kommen aus allen möglichen Richtungen, abhängig davon, wann und wie sie aus der Ortschen Wolke kommend ihren Orbit um die Sonne begonnen haben. Jupiters gewaltige Anziehungskräfte haben diesen Kometen gefangen und in Stücke gerissen. In 20 oder mehr Teile zerborsten, passierte der Kometen den gewaltigen Planeten in einer Entfernung von rund 30.000 Kilometern. Aufgereiht wie auf einer Perlenkette. Das war 1993. Shoemaker-Levy 9, so nach seinem Entdecker benannt, war auf Kollisionskurs mit dem Jupiter. Innerhalb von einer Woche schlugen die Kometentrümmer 1994 mit einer Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Sekunde in die Jupiter-Atmosphäre ein. Bei Temperaturen von 10.000 Grad Celsius explodierten sie in der suppigen Atmosphäre. Von der Erde aus waren die Einschläge nicht zu sehen. Die Astronomen mussten warten, bis der Jupiter durch seine Rotation seine Narben zeigte. In Infrarot, der Feuerball eines Einschlags. Einige Tage lang war das Gesicht des Jupiters gezeichnet. Die größten Kometentrümmer hatten einen Durchmesser von drei Kilometern, nicht vielmehr als Nadelstiche für den Gasgigang. Hätten sie die Erde getroffen, wären die Folgen katastrophal gewesen. Aber Kometen treffen auch die Erde. Der letzte 1908 in Sibirien. Er ist in der Atmosphäre explodiert und hat riesige, unbewohnte Waldgebiete verwüstet. Millionen Menschen hätten ihr Leben verloren, wäre der Komet über einer Großstadt zerborsten. Der bekannteste Komet ist Halley. Vor etwa 200.000 Jahren vom Jupiter auf einen engen Orbit gefangen, taucht er seitdem etwa alle 76 Jahre an unserem Himmel auf. Der sonnenfernste Punkt der Halley-Ellipse liegt jenseits des Neptun-Orbits, der sonnennächste Punkt innerhalb des Venus-Orbits. Auf seinem Weg zur Sonne 1985 und zurück 1986 zog Halley diese Bahn an unserem Himmel. Der berühmte Bayeux-Teppich zeigt den Kometen im Jahr 1066, als die Normannen England eroberten. In Giotto's Fresco war Halley der Stern von Bethlehem. Er hatte ihn 1301 gesehen. Als Edmund Halley den Kometen 1682 sah, erkannte er seine Periodizität und wies die Ellipse seiner Bahn nach. Zum ersten Mal fotografiert wurde der nach ihm benannte Komet 1910. Als er in den 80er Jahren zurückkehrte, war auf der Erde das Raumfahrtzeitalter angebrochen. Eine internationale Armada von Satelliten war zum Kometen unterwegs. Zwei russische, zwei japanische und eine nach dem Maler Giotto benannte europäische Sonde. Giotto kam dem Kometen am nächsten und flog durch sein Koma, das 16 mal 9 Kilometer große Halo aus Staub und Gas, im Schatten seines Kerns. 1998 schickten die Amerikaner eine Sonde zu einem anderen periodischen Kometen. Acht Kilometer lang und geformt wie ein Kegel, der Borelli-Komet. Eine spektakuläre Erscheinung mit langer Periodizität ist der Westkomet. Hiya Kutake, auch er tauchte wegen seiner langen Periodizität unerwartet auf. Eine andere, großartige Himmelsüberraschung war 1997 Hale Bob. Sein Kern mit einem Durchmesser von 40 Kilometern zog einen beeindruckenden Schweif aus Gas und Staub hinter sich. Rechts der Orbit von Halley mit seiner kurzen Periodizität, im Vergleich dazu der tausende Jahre dauernde Orbit von Hale Bob. Die Raumsonde Stardust. Ihre Aufgabe ist es, interstellaren Staub zu sammeln. Sie soll zum Kometen Wild 2 fliegen und mit diesen Kollektoren Staubpartikel des Kometen einsammeln und zur Erde zurückbringen. Wissenschaftler hoffen, so zum ersten Mal Materie älter als unser Sonnensystem und Kometenstaub aus der Geburtszeit unseres Sonnensystems untersuchen zu können. Noch ein Komet und noch eine Sonde. Die europäische Sonde Rosetta soll den Churyumov-Gerasimenko-Kometen umkreisen. Ebenso ehrgeizig ist das amerikanische Deep Impact-Projekt. Die Sonde soll auf dem Kometen Temple 1 einschlagen, dort einen Krater groß wie ein Fußballstadion reißen und das Innere des Kometen untersuchen. Kometen sind die ältesten Objekte des Sonnensystems und könnten viel über seine Entstehung verraten. Vielleicht haben sie das erste Wasser auf die Erde gebracht und so Leben erst möglich gemacht. Vielleicht warten noch 100 Milliarden Kometen in der Ortschen Wolke, um irgendwann mit einem leuchtenden Schweif ihrer Reise zur Sonne anzutreten. Die Astronomie ist eine alte Wissenschaft, die seit jeher die Bewegungen am Himmel zu erklären versucht. Von großen Observatorien aus verfolgen Astronomen den Lauf der Sterne, der Planeten, des Mondes und der Sonne. Das Bild des nächtlichen Himmels ändert sich. Von Tag zu Tag geringfügig, von Jahreszeit zu Jahreszeit merklich. Andere Beobachtungspunkte zeigen andere Blicke auf den Nachthimmel. Und derselbe Beobachtungspunkt bietet verschiedene Himmelsansichten im Laufe des Jahres. Die alten Astronomen schafften Ordnung am Himmel. Sie fügten die Sterne zu Sternbildern zusammen, 88 an der Zahl. Hier ein Blick Richtung Norden, die Herbststernbilder der nördlichen Hemisphäre. Das ist der Sommerhimmel der nördlichen Hemisphäre bei einem Blick Richtung Süden. Das ist der Herbsthimmel. Die Griechen benannten mehr als die Hälfte aller Sternbilder. Diese jedoch nicht, weil sie die Sternbilder der südlichen Hemisphäre nicht kannten. Der Herbsthimmel mit Blick Richtung Süden. Das strahlendste aller Sternbilder, Orion, ist fast von der gesamten Erde aus zu sehen. Besonders helle Punkte sind die weißen Sterne im Gürtel des Orion. Das ist jedoch nur der Blick von der Erde. Ein kurzer Flug ins All zeigt, wie sich die Position der Sterne zueinander verändert, weil sie in unterschiedlichen Entfernungen zur Erde stehen. Von der Erde aus gesehen nehmen sie wieder ihre zweidimensionale Konstellation ein. Orion. In der griechischen Mythologie war Orion ein Jäger, der von einem Skorpion getötet wurde. Und erst wenn die Sterne des Orions hinter den Horizont sinken, taucht das Sternbild der Skorpion am Himmel auf. Das bläulich schimmernde Band ist unsere Galaxis, die Milchstraße. Im Vordergrund leuchtet Antares, der hellste Stern im Skorpion. Das Sternbild ist reich an interessanten Objekten und es sieht wirklich fast aus wie ein Skorpion, vor allem der Schwanz. Wenig überzeugend hingegen Herkules. Oder der Löwe, der von Herkules niedergestreckt wurde. Und wer erkennt hier den Stier? Einfacher auszumachen, Zygnus, der Schwan. Das Sternbild der Zwillinge scheint so willkürlich wie der Steinbock. Oder der Schütze, halb Tier, halb Mensch. Deutlich zu erkennen am nördlichen Himmel der nördlichen Hemisphäre ist das Sternbild des großen Wagen. Der Teil des großen Bären ist Ursa Major. Der große Wagen hat sieben Hauptsterne. Dreht man die Zeit hunderttausend Jahre zurück, verändern die Sterne ihre Position zueinander, weil sich der obere und der untere Stern asynchron und unabhängig von den fünf anderen Sternen bewegen. Eine gedachte Linie durch die Sterne Merak und Dube führt vom großen Wagen zum Polarstern Polaris. Der Polarstern ist Teil von Ursa Minor, dem Sternbild des kleinen Bären. Der große Bär war in der Mythologie eine Nymphe, die eine verbotene Liebesaffäre hatte. Der kleine Bär, ihr Sohn, jagte sie. Beide wurden für ihre Vergehen vom Göttervater Jupiter bestraft und an den Himmel geworfen. Die Rotation der Erde verursacht die scheinbare Bewegung der Sterne am Nachthimmel. Abhängig vom Standpunkt des Beobachters ist der jeweilige Blick auf den Himmel. Die Achsneigung der Erde und ihre Rotation um die Sonne bedingen die Jahreszeiten und die sich ändernde Dauer von Tag und Nacht. Im Laufe eines Jahres ändert sich durch die Drehung der Erde um die Sonne auch der Blick auf den Himmel. Eine gedachte Linie durch die Sonne führt zum Sternenhimmel hinter der Sonne, der sich im Laufe eines Jahres so verändert. Die Helligkeit der Sonne überstrahlt dieses Bild für einen Beobachter von der Erde. Das ist die scheinbare Bahn der Sonne durch den Himmel im Laufe eines Jahres. Ebenso verändert sich der Nachthimmel auf der gegenüberliegenden Seite. November in der nördlichen Hemisphäre, ein Blick Richtung Süden. Vom selben Standpunkt der Himmel im Februar. Im Mai, im August und wieder im November. Aber es gibt einen Stern, der sich kaum zu bewegen scheint, der Polstern Polaris. Zwei Sterne im großen Wagen, Merak und Dube, deuten auf Polaris. Während sich der Rest des Himmels im Laufe des Jahres zu bewegen scheint, verharrt Polaris an derselben Position. Eine Illusion, bedingt durch die Neigung und Rotation der Erde. Das gleiche trifft auf den Himmels-Süd-Pol zu, nur dass hier kein Stern steht. Auf halber Strecke zwischen dem Kreuz des Südens und dem Stern Achanar liegt der südliche Himmelspol. Die Sternbilder des Südens scheinen sich im Laufe des Jahres um den Pol zu drehen. Aber es ist die Erde, die sich bewegt, nicht die Sterne. Egal zu welcher Jahreszeit, es ist der Standpunkt des Beobachters, der das jeweilige Himmelsbild bestimmt. Und egal von welcher Position, es ist immer nur eine Hälfte des Himmels sichtbar. In den mittleren Breiten der nördlichen Hemisphäre zum Beispiel ist das Kreuz des Südens unsichtbar. Der Polarstern hingegen ist zu sehen. Je weiter südlich der Standpunkt liegt, desto tiefer sinkt Polaris am Himmel. In den Tropen steht er nur knapp über dem Horizont. Der rote Punkt am Himmel ist der südliche Himmelspol. Je weiter sich der Beobachter Richtung Süden bewegt, desto höher steigt der südliche Pol. Der Blick zum Himmel im Süden Argentiniens, auf dem 50. südlichen Breitengrad. Die langsame Bewegung der Erdachse um ihre Senkrechte, die sogenannte Präzession, führt über lange Zeit zur Verschiebung des Himmelspols. Vor 5000 Jahren markierte der Stern Tuban den nördlichen Himmelspol. Heute ist es Polaris und in 4000 Jahren wird es Alderamin sein. Ein Zyklus der Präzession dauert 26.000 Jahre. Eine direkte Linie durch Merak und Dube führt zum Polaris und zum Sternbild des kleinen Bären. Eine gedachte Kurvenlinie durch Merak, Dube und Polaris führt zum Sternbild der Cassiopeia. Diese gedachte Linie durch den großen Bären führt zum Capella, dem hellsten Stern im Bärenhüter. Und diese gedachte Linie führt zum Riesenstern Mirfak. Mirfak steht im Sternbild des Perseus. Der große Wagen ist nur ein Wegweiser am Sternenhimmel. Ein anderer ist Orion. Eine Linie durch die drei leuchtenden Punkte in seinem Gürtel führt zum Stern Aldebaran. Der hellleuchtende Aldebaran ist das Auge des Stiers. Im Sternbild Stier liegen zwei bekannte Sternhaufen, die Hyaden und die Pleiaden. Eine Linie durch die Sterne Riegel und Beta-Geuze im Orion führt zum Stern Kastor. Kastor und Pollux, die himmlischen Zwillinge. Eine Linie durch die Orion-Sterne Bellatrix und Beta-Geuze führt zum gelbleuchtenden Prokion. Der Prokion steht im Sternbild Canis Minor, der kleine Hund. Kastor und Pollux in den Zwillingen weisen den Weg zum Kopf der Hydra und zu Alphard, dem hellsten Stern in der Wasserschlange. Orion wiederum macht es einfach, den hellsten Stern am Himmel zu finden. Eine gedachte Linie von seinem Gürtel führt zum Hundestern Sirius. Orion und die Sternbilder, die sich mit seiner Hilfe finden lassen. Das ist Orion von der südlichen Himmelsphäre gesehen, aber auch hier ist er ein guter Wegweiser. Orion, eines von 88 Sternbildern, ist ein Beispiel dafür, wie einige markante Sterne oder Konstellationen die Navigation am nächtlichen Himmel kinderleicht machen. Abseits der künstlichen Lichter der Großstädte ist die Beobachtung des nächtlichen Sternenhimmels ein faszinierendes Erlebnis. Ob vor 4000 Jahren oder heute, der Lauf der Sterne zieht die Menschen nach wie vor in ihren Bann. Die Geschichte der Astronomie reicht zurück in die Zeit der alten Babylonier. Schon 4000 vor Christus beobachteten sie von ihren Sigurats den Lauf der Sonne. Sie gruppierten die Sterne zu Sternbildern und hatten ein Verständnis von der Bewegung der Himmelskörper. Sie wussten, dass sich die Sonne, der Mond und die Planeten vor dem Hintergrund der Fixsterne bewegen. Die Planeten, die Wandersterne, beschreiben Schleifen am Himmel. Die Sonne, der Mond und die Planeten bewegen sich alle innerhalb einer Himmelszone, die die Babylonier Zodiak nannten. Vom Sternbild des Stiers läuft der Zodiak durch 13 Sternbilder. Zwölf davon spielen noch heute eine bedeutende Rolle in der populären Astrologie. Die Chinesen blicken auf die längste kontinuierliche Geschichte der Astronomie zurück. Schon vor 4000 Jahren zeichneten sie die Himmelsbewegungen detailgetreu nach. Sie verfügten über genaue Kalender und Sternkarten wie diese. Das Band ist die Milchstraße. Die erste Aufzeichnung einer Sonnenfinsternis stammt vermutlich aus China. Sonnenflecken wurden mit bloßem Auge beobachtet. Die Chinesen kannten die Aurora Borealis, die Nordlichter. Und sie registrierten als erste den helläischen Kometen, der alle 76 Jahre wiederkehrt. Chinesische Grabmalereien zeigen Kometen ihres Schweifes wegen als Besensterne. Die Ägypter schufen den ersten Kalender mit 365 Tagen. Das war 3000 vor Christus, zur Zeit des Pyramidenbaus. Wasser war kostbar in ihrem Wüstenland. Und die Ägypter wussten, dass das Erscheinen des Sirius über dem Horizont die Nilfluten ankündigte. Die Bewässerung der Felder konnte beginnen. Die jährliche Ernte war gesichert. Die Ägypter, Experten der Himmelsbeobachtung, glaubten, dass sie ihre Existenz den Göttern zu verdanken hatten. Besonders verehrten sie den Sonnengott Reh. Ein Kult, der sich bis 500 vor Christus hielt. Dann kamen die Griechen. Aristarch von Samos stellte als erster die Behauptung auf, der Mond reflektiere das Sonnenlicht. Er hatte Recht. Aber seine Idee, dass die Erde die Sonne umkreist, kam viel zu früh. Stattdessen glaubte man, dass sich die Sonne und die anderen Himmelskörper in einer Kristallsphäre um die Erde drehen. Auch Aristoteles vertrat diese Meinung, die sich bis ins 17. Jahrhundert hielt. Der Grieche Hipparch verfasste den ersten Sternkatalog der westlichen Welt und stellte eine Skala für die Helligkeit der Sterne auf. Der in Alexandria lebende Eratosthenes hatte von einem Brunnen in Syene gehört, in den die Sonne an einem Sommertag mittags genau senkrecht hinein schien. Im weiter nördlich gelegenen Alexandria hingegen warf die Sonne zur gleichen Zeit einen Schatten von 7 Grad. Mithilfe dieser Differenz und einfachen geometrischen Formeln bewies Eratosthenes, dass die Erde rund ist und einen Umfang von etwa 40.000 Kilometern hat. Eratosthenes hatte recht. Ptolemäus hingegen irrte. Er war verwirrt durch die Rückwärtsschleifen der Planeten am Himmel. Er erklärte sie mit Kreisbewegungen der Planeten, die diese während ihrer Rotation um die Erde beschrieben. Aber das ptolemäische Weltbild mit all seinen Fehlern überlebte selbst die Zeit der alten Griechen und war allgemeingültig bis ins tiefe Mittelalter. Die Astronomen der Mayas in Zentralamerika hatten einen Kalender mit 584 Tagen entwickelt. Er basierte auf den Zyklen der Venus, die bei den Mayas als Göttin verehrt wurde. Nikolaus Kopernikus gilt als der Begründer der modernen Astronomie und des heliozentrischen Weltbildes. Aber die Kirche sah weiter die Erde als Zentrum des Universums. Erst nach Kopernikus Tod 1543 wurde sein Werk veröffentlicht, das die Sonne als Fixpunkt beschreibt. Der dänische Astronom Tycho Brahe bewies 1577, dass dieser Komet weiter von der Erde entfernt ist als der Mond. Bei einem Duell hatte Brahe seine Nasenspitze verloren, die er durch eine goldene Prothese ersetzte. Das hinderte ihn nicht an einer brillanten Karriere. Seine genauen Beobachtungen halfen zu erklären, wie sich die Planeten um die Sonne bewegen. Brahe arbeitete zusammen mit dem deutschen Astronomen Johannes Kepler. Er definierte drei Gesetze zur Bewegung von Planeten. Erstens, die Planeten bewegen sich nicht kreisförmig, sondern auf Ellipsen um die Sonne. Zweitens, sie verändern ihre Geschwindigkeit. Der Sonne am nächsten bewegen sie sich schneller, am sonnenfernsten Punkt langsam. Das dritte Gesetz besagte, dass sich die Planeten langsamer bewegen, je weiter sie von der Sonne entfernt sind. Die Erde auf ihrem Orbit überholt den Mars. Damit erklärte Kepler die rückwärtsgerichtete Schleife. Pisa. Hier arbeitete der große italienische Mathematiker und Astronom Galileo Galilei. 1608 richtete er sein Teleskop, eine holländische Erfindung, schwächer als heutige Ferngläser, zum Himmel. Er entdeckte die Monde des Jupiter, die Krater auf dem Mond, die Phasen der Venus und er verärgerte die Kirche mit seinem heliozentrischen Weltbild. Im späten 17. Jahrhundert entdeckte das englische Genie Isaac Newton mit einem Glasspektrum die Spektralfarben der Sonne. Er entwickelte den ersten Reflektor, der mit Spiegeln anstatt Linsen das Licht sammelte und bündelte. Newton erklärte als erster die Schwerkraft als eine Anziehungskraft, die zwischen zwei Körpern wirkt und unterstrich damit die Keplerschen Gesetze. 1781 entdeckte Wilhelm Herschel den Planeten Uranus. Mit seinen in England selbst gebauten Teleskopen untersuchte er vor allem die Milchstraße. Er konnte nachweisen, dass wir von der Erde aus einen seitlichen Blick auf eine Scheibe werfen, aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts gelang es Lord Ross, die Spiralstruktur der Milchstraße zu enthüllen. So zeichnete er einen Spiralnebel, von denen er mehrere durch das größte von ihm selbst gebaute Teleskop seiner Zeit entdeckte. Das späte 19. Jahrhundert brachte vor allem zwei neue Technologien. Die von Newton begründete Spektroskopie, die anhand der Spektralanalyse die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung von Himmelskörpern ermöglichte und die Fotografie, mit der die Himmelskörper abgelichtet werden konnten. 1917 wurde das 2,5 Meter Hooker-Spiegelteleskop auf dem Mount Wilson in Kalifornien eingeweiht. Hier machte der amerikanische Astronom Edwin Hubble die grundlegende Entdeckung. Unsere blaue Erde, zwei Drittel der Oberfläche Wasser, ein stabiler Orbit und eine Sonne in der richtigen Entfernung. Alles passt. Nach ihrer Geburt hat sich hier das Leben entwickelt. Zuerst in den Ozeanen. Dann hat es die Lüfte erobert. Und dann das Land. Reptilien, Pflanzen und Insekten füllten jede Nische. Selbst vor den Wüsten machte das Leben nicht Halt, ebenso wenig vor dem polaren Eis und Schnee. Bis heute haben wir Leben nur auf der Erde gefunden. Aber das Leben kommt von den Sternen. Von einer Supernova wie dieser, der Tod eines Riesensterns. Sie schleudert glühende Materie reich an schweren Elementen wie Kohlenstoff und Eisen ins All. Diese Elemente, Grundbausteine des Lebens, reichern Wolken aus Gas und Staub in Regionen an, in denen neue Sterne geboren werden. Vor etwa 5 Milliarden Jahren kollabierte eine solche Wolke unter ihrer eigenen Schwerkraft. Im Zentrum entzündete sich unsere Sonne. Aus der sie umkreisenden Scheibe formten sich dicke Materierringe. Das ganze System war von der früheren Supernova mit Bausteinen des Lebens angereichert. Aus einem der inneren Ringe bildete sich vor etwa 4,5 Milliarden Jahren der Prototyp unserer Erde. Ein halbgeschmolzener Felsenklumpen, der über hunderte Millionen Jahre mit Geschossen aus dem All bombardiert wurde. Kein Ort für Leben. Die Einschläge ließen nach. Langsam nahm das Sonnensystem seine Gestalt an. Aber nur auf einem der neun Planeten sollte die Saat der Supernova zu Leben erblühen. Erst nachdem die Erde abgekühlt war, vor etwa 3,8 Milliarden Jahren, sollte diese Saat eine Chance haben, aufzugehen. Vulkanausbrüche formten die Oberfläche immer wieder neu. Gestein mit geringer Dichte bildete die Kontinente, mit hoher Dichte die Böden der Ozeane. Kondensiertes Wasser von den Vulkanausbrüchen und von Kometen aus dem All hatte sich in den Meeren gesammelt. Die Kometen brachten Wasser, vielleicht aber auch Leben auf die Erde. Gase aus dem Erdinneren bildeten eine frühe Atmosphäre, großteils Stickstoff und Kohlendioxide. Blitzeinschläge könnten als Katalysator fungiert haben. Aber wo auf diesem brodelnden Planeten hätte der Funke des Lebens zünden können? Heiße vulkanische Quellen, zum Beispiel die reich an chemischen Lebensessenzen sind, fossile Funde einzelliger Organismen deuten auf erste Lebensspuren vor 3,8 Milliarden Jahren, die Prokaryoten. Weitere Spuren fanden sich in den Tiefen der Ozeane, in unmittelbarer Nähe heißer unterseeischer Schlote. Aber die Prokaryoten existierten nur dort und waren nicht fähig zur Photosynthese. Doch erst durch die Photosynthese veränderte sich unsere Atmosphäre. Vor etwa 3,4 Milliarden Jahren bildeten sich in flachen Gewässern die ersten Stromatoliten, Mikroben, die zur Photosynthese fähig waren. Durch die Photosynthese wurde die Atmosphäre mit Sauerstoff angereichert, eine schützende Ozonschicht bildete sich und in den Ozeanen entwickelten sich die ersten sauerstoffatmenden Zellen. Den Einzellern folgten mehrzellige Lebewesen, die sexuelle Reproduktion begann. Das Leben explodierte, alle 12 Millionen Jahre verdoppelte sich die Zahl der Arten. Vor 500 Millionen Jahren hatten sich die ersten äußeren Skelettstrukturen entwickelt. 30 Millionen Jahre später hatten die ersten Fische ein Rückgrat ausgebildet. Dann kam der große Sprung, das Leben entstieg dem Meer. Eine einfache Vegetation, Farne wie diese begrünten das Land. Die ersten Insekten entwickelten sich und Reptilien, die als Dinosaurier den Planeten beherrschten. Dann kamen die Vögel und die ersten Blütenpflanzen. Und zuletzt die Säugetiere, die Affen und der Mensch. Diese Blüte des Lebens haben wir dem Platz der Erde im Sonnensystem zu verdanken. Als dritter Planet umrundet die Erde die Sonne im Zentrum der Lebenszone, hier grün. An ihren Rändern Mars und Venus. Auch auf der Venus hätte das Leben eine Chance gehabt. Aber unter ihrem dichten Wolkenmantel entwickelte sich ein Klima wie in einem Hochdruckdampfkocher. Ein höllisches Inferno, zu nahe an der Sonne. Der Mars ist das andere Extrem. Zu weit entfernt von der Sonne. Gerade außerhalb der Lebenszone. Der rote Planet ist kalt, staubig und trocken. Noch vor 100 Jahren glaubten Astronomen, dass die Kanäle auf dem Mars vielleicht das Werk einer intelligenten Zivilisation seien. Heute weiß man es besser. Vielleicht ist Wasser in diesen Kanälen geflossen. Vielleicht ist dieses Tal von einem Fluss ausgewaschen worden. Und hier Spuren einer Flut. Vielleicht war der Mars vor langer Zeit feuchter und wärmer. Handelt es sich hier um ein ausgetrocknetes Flusssystem? Wie auch immer, eine trockene, öde Wüste, das ist die Realität heute. Wenn es hier je Leben gegeben hat, dann Mikroben, die sich so sicher nachweisen lassen wie das Eis an den Polen. Das ist der Jupitermond Europa. Etwas kleiner als unser Mond. Hier könnte Leben existieren. Nicht jedoch auf der Oberfläche, die vollkommen von Eis überzogen ist. Risse und Verwerfungen. Das Bild erinnert an Eismeere auf der Erde. Und wie auf der Erde könnte unter diesem Eispanzer ein Ozean liegen. Diese Strukturen lassen auf Aktivitäten im Inneren schließen. Vielleicht existieren in der Tiefe vulkanische Schlote, wie auf den Ozeanfluren der Erde. In ihrer unmittelbaren Umgebung, angereichert mit chemischen Nährstoffen, könnten sich bakterielle Organismen entwickelt haben. Jenseits von Jupiter ist es einfach zu kalt für Leben. Tatsache ist, dass es bis heute keine gesicherten Belege dafür gibt, dass Leben jenseits unseres Planeten in unserem Sonnensystem existiert hat oder existiert. Und was bringt der Blick zu den Sternen, zu anderen Sonnen und Planeten? Die Planeten anderer Sterne sind von der Erde aus nicht zu sehen, aber ihre Existenz ist nachweisbar. Diese unförmige Scheibe in der Nähe eines Sterns könnte auf einen großen Planeten deuten und dieser stellare Ring auf ein Planetensystem, wie das unsrige. Eine Scheibe aus Gas und Staub wird sichtbar, wenn man das helle Licht des Sterns Beta Pictoris abdeckt. Die Scheibe ist leicht verzogen, vielleicht durch die Schwerkräfte eines größeren Planeten, der den Stern umkreist. Astronomen glauben heute, dass Planeten eine natürliche Begleiterscheinung bei der Geburt neuer Sterne sind. Der Orionnebel. Hier werden aus Wolken von Gas und Staub neue Sterne geboren, so wie früher unsere Sonne und Planeten entstanden sind. Ein junger Stern in einem Kokon aus Staub. Diese Kokons sind der Stoff, aus dem sich Planeten formen. Von der Seite gesehen sind diese Kokons flache Scheiben. Planeten, die sich um ihren Stern herum formieren. Ein Stern mit einem Planeten hat ein Massezentrum, der grüne Punkt. Beide Körper drehen sich um dieses Zentrum. Und obwohl der Stern eine größere Anziehungskraft auf dem Planeten ausübt, wirkt gleichzeitig die Kraft des Planeten auf den Stern. Die dadurch hervorgerufene Präzession, eine Schwingung der Sternachse, verrät den Astronomen die Existenz eines Planeten, auch wenn sie ihn nicht sehen. Selbst Orbit und Masse des Planeten lassen sich durch Messungen der Spektralverschiebungen des Sterns bestimmen. Mit dieser Methode sind bisher über 100 extrasolare Planeten entdeckt worden. Dieser, dem Jupiter ähnlich, umkreist den Stern 51 Pegasi. Hoffnung auf Leben gibt es hier nicht. Der Planet ist zu heiß, zu nahe an seiner Sonne. Mit der Präzessionsmessung lassen sich nur große Planeten nachweisen. Kleinere wie unsere Erde haben nicht die nötige Masse, eine messbare Schwingung der Sternenachse zu verursachen. Dieses Instrument jedoch, der Terrestrial Planet Finder, kann kleinere extrasolare Planeten ausfindig machen. Mit revolutionären Optiken ausgerüstet, wird er die Lebenszonen rund um andere Sterne scannen und vielleicht eines Tages auf eine fremde Welt stoßen, in der das Leben wie auf unserer Erde erblüht ist. Vom kleinsten Teil eines Atoms bis hin zum Sonnensystem, von der Erde bis in die Tiefen des Kosmos, alle Sterne und Galaxien bestehen aus den gleichen Elementen. Alles ist aus Materie geformt, auch der Mensch. Bevor diese Masse und Vielfalt existierte, gab es nichts. Keine Materie, keine Strahlung, kein Raum, keine Zeit. Die meisten Kosmologen sind sich einig, das Universum wurde durch den Urknall, den Big Bang, geboren. Sie können auch erklären, wie, aber niemand weiß, warum. Aus dem Big Bang, einem winzig kleinen Krümel, explodierte das Universum. Aber es expandierte nicht in den Raum, weil dieser nicht existierte, sondern aus sich selbst heraus. Diese Expansion hält bis heute an. Der Abstand zwischen den einzelnen Galaxien nimmt weiter zu. Der Urknall ereignete sich vor rund 14 Milliarden Jahren. In der ersten Trillionstel, Trillionstel, Trillionstel Sekunde wuchsen Raum, Zeit und Materie um das 100 Millionenfache, aber immer noch kleiner als ein Atom. In einem zweiten, dramatischeren Schritt dehnten sie sich zur Größe einer Galaxie aus. Das Universum war eine Suppe, so heiß, dass Energie zu Materie und Antimaterie zu festen, schweren Partikeln wurde. Als diese zu leichteren zerfiel, triumphierte die Materie über die Antimaterie im Verhältnis von einer Milliarde zu eins. Die Temperatur war jetzt auf rund eine Trillionen Grad Celsius gesunken. Am Ende dieses Prozesses war das Universum eine Zehntelmillionstel Sekunde alt. Physiker simulieren diese Phase heute in Teilchenbeschleunigern. In zwei riesigen Ringen werden die Teilchen, schwere Ionen, in entgegengesetzter Richtung beschleunigt. Nahezu mit Lichtgeschwindigkeit kollidieren die Ionenstrahlen an den Kreuzungspunkten mit immenser Energie. Subatomare Partikel werden freigesetzt. Die Ringe des Teilchenbeschleunigers am amerikanischen Brokehaven National Laboratory sind vier Kilometer lang. Für kurze Augenblicke öffnen sich hier Fenster in den embryonalen Zustand des Universums. Ein Plasma aus subatomaren Teilchen. Eine tausendstel Sekunde nach dem Urknall formten sich aus den Quarks und Gluonen die Neutronen und Protonen. Nach einer Sekunde und bei einer Temperatur von einer Milliarde Grad bildeten Neutronen und Protonen die Atomkerne. Nach drei Minuten entstanden die ersten Elemente, Wasserstoff, Helium und Lithium. Während der nächsten 350.000 Jahre wurden die Elektronen, hier blau, in enge Umlaufbahnen um die Atomkerne gezwungen. Die Temperaturen fielen auf 3000 Grad Celsius. Nachdem die Elektronen in Atomen gefangen waren, konnten sie nicht länger die Bahnen der lichttragenden Photonen blockieren. Plötzlich lichtete sich der Nebel. Das Universum wurde transparent. So begann die von Materie dominierte Ära. Aus Wasserstoff und Heliumwolken formten sich die Galaxien. Die Galaxien bildeten Haufen, die Haufen wiederum Superhaufen. Und so geht es weiter bis heute. Das Universum dehnt sich aus und kühlt ab. Diese Expansion ist ein Beleg für den Urknall. Ein anderer ist die kosmische Hintergrundstrahlung, die rund 350.000 Jahre nach dem Big Bang, als das Universum sichtbar wurde, auftrat und bis heute anhält. Die schwachen Mikrowellen wurden 1965 eher zufällig entdeckt. Mit dieser unförmigen Radioantenne gelang die Entdeckung. Die Hintergrundstrahlung trat auf, nachdem das Universum von fast unendlicher Hitze auf durchschnittlich 3000 Grad abgekühlt war. Ursprünglich handelte es sich um Ultraviolettstrahlung, die sich zur Strahlung im Mikrowellenbereich wandelte, je weiter das Universum expandierte und abkühlte. Heute liegt die kosmische Temperatur des Universums bei minus 270 Grad Celsius. 1992 konnte mit Hilfe des Satelliten Kobe die Hintergrundstrahlung durch Temperaturmessungen des Universums weiter erklärt werden. Die verschiedenen Färbungen sind Temperaturabweichungen von nur wenigen Millionsteln Grad. 2001 wurde ein weiterer Satellit gestartet, um die Messungen von Kobe zu präzisieren. Eineinhalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt erreichte der Satellit eine Region frei von Mikrowellen und magnetischen Interferenzen der Erde. Die Sonne, die Erde und den Mond im Rücken konnte die Sondemessungen in einem stabilen thermischen Umfeld vornehmen. Durch Ausblenden des Rotbereiches konnte WMAP das Universum im Mikrowellenbereich vermessen. Die Ergebnisse waren bemerkenswert. Zum Vergleich links die unscharfen Messungen von Kobe. Das sind die detaillierten scharfen Wellen von WMAP. Wie ein Kiesel in einer Flüssigkeit. Links die Wellen in Öl unterscheiden sich von denen rechts in Wasser. Das Medium bestimmt die Wellen. Ebenso die Zahl der Kiesel, ihre Größe und Masse. Diese Wellen zeigen die dichte Unterschiede des frühen Universums. Die Expansion nach dem Big Bang verlief nicht homogen. Die Materie verklumpte. Die von WMAP erstellten Temperaturkarten enthüllten diese Verklumpungen. Das waren die Samen für die Riesenstrukturen im Universum. Innerhalb einer Milliarde Jahre nach dem Urknall bildeten sich diese Strukturen aus, die Galaxien und zwischen ihnen leerer Raum, der sich weiter ausdehnte. Sterne wurden geboren. Überall im Universum wurde das Licht angezündet. Gas verdichtete sich, erhitzte sich und zündete nukleare Fusionen. Diese erste Generation von Sternen war heißer, heller und massiver als die heutigen Superriesen. Generationen später ballten sich Galaxien entlang kosmischer Strings zu Superhaufen zusammen. Die Samen für diese Strukturen waren die dichte Unterschiede zu Beginn des Universums, die durch die Hintergrundstrahlung nachgewiesen werden konnten. Die etwa 50 Milliarden Galaxien sind die Bausteine des Universums. Die meisten existieren in Gruppen von einigen Dutzend bis hin zu Tausenden in den Superhaufen. Das ist einer der massivsten Galaxienhaufen, zusammengehalten durch die Schwerkraft. Diese Simulation zeigt die Entstehung eines Galaxienhaufens. über einen Zeitraum von 10 Milliarden Jahren. Galaxien stoßen zusammen und verklumpen. Die meisten Astronomen glauben heute, dass die Haufen, auch Cluster genannt, so entstanden sind. Diese Simulation zeigt das Bild einer möglichen kosmischen Evolution. Teleskope können heute in die Zeit zurückblicken, in der sich die ersten Galaxien formten. Ein Prozess des ewigen Wandels, ausgelöst durch den Big Bang. Die Bildung der ersten Galaxis, die vermutlich 500 Millionen Jahre nach dem Big Bang passierte, konnte noch nicht beobachtet werden. Noch sind diese frühen Jahre des Universums den Teleskopen verborgen. So weit können die Astronomen heute zurückblicken. Ein Zoom in anscheinend leeren Raum, dann zeigen sich einige Lichtpunkte. Je tiefer der Blick, desto weiter zurück in der Zeit reicht er. Mit dem Hubble Space Teleskop können wir sozusagen Bohrkerne des Universums entnehmen. 800 Belichtungen, das ist das tiefste optische Bild des Universums. Fast 10.000 Galaxien entdeckte Hubble hier. 100 der kleinsten Punkte sind die weitest entfernten Galaxien. Sie haben sich etwa 800 Millionen Jahre nach dem Big Bang geformt. Die ältesten Galaxien haben die seltsamsten Strukturen. Im Kontrast dazu im Vordergrund die näheren, jüngeren Galaxien mit gewöhnlichen Spiralstrukturen. Das Universum ist voller Geheimnisse. Vor allem, warum ist es entstanden? Dieser String von Galaxien ist ein weiteres Rätsel. Astronomen schätzen ihn auf ein Alter von 11 Milliarden Jahren. Aber wie konnte sich eine so massive Struktur so früh entwickeln? Es widerspricht unserem momentanen Verständnis der kosmischen Evolution. Unsere Galaxis. Die Milchstraße. In ihrem Zentrum vermutlich ein großes schwarzes Loch, um das sich eine spiralförmige Scheibe dreht, die aus mehr als 200 Milliarden Sternen besteht. Eine stellare Masse, die um ein galaktisches Zentrum wirbelt. Einer dieser Sterne ist unsere Sonne mit ihren Planeten. Sie liegen im äußeren Drittel der Galaxis. Unser Blick auf die Milchstraße beginnt von der Erde. Dieser Stern mit seinen zwei Begleitern ist unser nächster Nachbar, Alpha Centauri, vier und ein Viertel Lichtjahre entfernt. Der nächste ist Banatsstern, ein roter Zwerg, 5,9 Lichtjahre entfernt. Sirius ist 8,6 Lichtjahre entfernt. Vom Arcturus braucht das Licht 37 Jahre, um die Erde zu erreichen. Mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde braucht das Licht 43 Jahre für die Reise von Capella zur Erde. Castor, ein Dreifachsystem, ist 52 Lichtjahre entfernt. Von den Doppelsternen Miza und Alcor ist die Erde 59 Lichtjahre weit weg. Von Algol sind es 95 Lichtjahre bis zur Erde. Beta Lyra, eine Gruppe veränderlicher Sterne, ist 300 Lichtjahre von der Erde entfernt. Trotz dieser immensen Entfernungen sind diese Sterne unsere nächsten Nachbarn in der Weite der Milchstraße. Von der Erde aus blicken wir auf die Kante der Milchstraße. Erst von unten gesehen, werden die Ausmaße unserer Galaxis sichtbar. 20.000 Lichtjahre stark und 100.000 Lichtjahre im Durchmesser. Unserer Galaxis sehr ähnlich ist diese Galaxis, M83. In ihren Spiralarmen zeigen rosafarbene Flecken die Geburt neuer Sterne. In unserer Galaxis lässt sich dieses Phänomen im Orionnebel beobachten. Heiße, junge Sterne, die Gase in ihrem Umfeld aufleuchten lassen. Hier werden Sterne geboren. Wolken aus Wasserstoff kollabieren unter ihrem eigenen Gewicht, Druck und Temperatur steigen. Wenn der Kern einer Wolke heiß genug ist, entzündet sich eine Kernschmelze. Ein Stern ist geboren. Ein anderer Ort, an dem Sterne geboren werden, der Adlernebel mit seinen berühmten Säulen der Schöpfung. Diese Säule ist vier Lichtjahre hoch. Ein Finger aus dichtem molekularem Wasserstoff erleuchtet vom ultravioletten Licht neugeborener Sterne. Während das Licht die Säule erhellt, werden in dichten Globuli immer wieder neue Sterne geboren. Bei der Geburt von Sternen treten stellare Winde auf. Hell leuchtende junge Sterne haben so das Zentrum des Rosetta-Nebels freigeweht. Die stellare Windblase hat einen Durchmesser von 400 Lichtjahren. Der Strahlungsdruck eines einzigen jungen Sterns hat den Blasennebel verformt. Diese dunkle Schneise im Skorpion wurde ebenfalls von den Sternwinden neugeborener Sterne geschaffen. Auch Haufen älterer Sterne erzeugen stellare Winde. Sie wehen Gas und Staub in den interstellaren Raum. Die Plejaden sind junge Sterne, die sich noch in Nebeln hüllen. In Nebeln werden Sterne geboren, vom roten Zwerg bis hin zum Überriesen. Je größer ein Stern ist, desto größer sein Hunger und desto kürzer sein Leben. Unsere Sonne ist ein Stern durchschnittlicher Größe mit einer Lebensspanne von 10 Milliarden Jahren. In ihrem Kern verschmelzt sie Wasserstoff zu Helium. Durch diese nukleare Kettenreaktion bei Temperaturen von fast 15 Millionen Grad werden jede Sekunde 4 Millionen Tonnen Masse in Energie verwandelt. Energie, die unsere Sonne scheinen lässt. Eines Tages, wenn der Wasserstoff im Kern zur Neige geht, wird die Sonne ihre Farbe ändern. Sie wird leuchten wie dieser orange-rote Stern. Hier sind mehrere sogenannte rote Riesen zu sehen. Ein roter Riese ist ein sterbender Stern. Nachdem der Wasserstoff im Kern verbraucht ist, bläst sich der Stern zum mehr als hundertfachen seiner Originalgröße auf und verpufft dabei Gaswolken ins All. Ein Beispiel dafür ist der Helixnebel. Hier noch weitere Beispiele. Diese Ringe heißen planetarische Nebel, weil sie den Eindruck erwecken, als würden Planeten den Stern umkreisen. In 5 Milliarden Jahren wird unsere Sonne dieses Schicksal ereilen. Der Wasserstoff im Kern geht dem Ende zu, die innere Stabilität ist verloren, die Sonne bläht sich auf. Erst wird sie den Merkur, dann die Venus verschlucken. Tief im Inneren wird sie Helium zu Kohlenstoff verschmelzen. Wolken aus Gas verpuffen ins All. Unsere Sonne wird zum roten Riesen. Die Erde wird als verbrannte Schlacke überleben. Am Ende wird die Sonne ihren äußeren Mantel abspringen und ihr kollabierter Kern liegt bloß. Jetzt ist sie ein weißer Zwerg. Im Vergleich zu den Riesen und Überriesen hat unsere Sonne ein langes Leben. Unsere Sonne im Vergleich zu einem Stern mit der dreifachen Masse. Auch er beginnt sein Leben mit dem Verschmelzen von Wasserstoff zu Helium. Wenn der Wasserstoff zur Neige geht, wird Helium zu Kohlenstoff verschmolzen. Dieser Prozess, der bei etwa 100 Millionen Grad abläuft, ist die Hauptenergiequelle im kurzen Leben eines Riesensterns. Aber wie unsere Sonne wird der Riese als weißer Zwerg enden. Nur die Überriesen haben ein anderes Ende. Dieser Überriese hat die 15-fache Masse unserer Sonne. Auch er verschmelzt am Anfang Wasserstoff zu Helium. Und wenn der Wasserstoff zur Neige geht, wird Helium zu Kohlenstoff verschmolzen. Dann wird Kohlenstoff zu Neon und Magnesium verschmolzen. Der Stern bildet immer schwerere Elemente. Bei Temperaturen von über 3 Milliarden Grad Celsius, wenn es zur Verschmelzung von Eisen kommt, ist das Spiel aus. Der Stern explodiert in einer Supernova, die so hell leuchten kann wie eine Galaxis. Er sprengt seine äußeren Schichten ab, während der Kern zu einem Klumpen mit einem Durchmesser von weniger als 20 Kilometern kollabiert. Ein kleines Körnchen hat ein Gewicht von mehreren Tonnen. Der Kern des Überriesen wird zu einem Neutronenstern. Ein Pulsar, der sich in einer Sekunde mehrere Male um die eigene Achse dreht. Der Krebsnebel ist das Relikt einer solchen Supernova, die 1054 von chinesischen Astronomen beobachtet wurde. Zeitrafferaufnahmen des Hubble-Teleskops zeigen, wie der Neutronenstern im Zentrum des Krebsnebels weiter Ringe aus Materie abstößt. Die Materie, die der Neutronenstern abstößt, formt einen Ring wie ein Donut um den Stern. Materie von einem normalen Stern wird von einem Neutronenstern aufgesaugt. Wenn sie auf die Oberfläche trifft, kommt es zu Super-Explosionen, die in drei Stunden mehr Energie freisetzen als unsere Sonne in 100 Jahren. Beobachtungen solcher Explosionen haben gezeigt, dass sich Neutronensterne hunderte Male pro Sekunde um die eigene Achse drehen. Unsere Galaxis ist voller Wunder, so wie der Carina-Nebel. Hier existiert einer der größten bekannten Sterne, Eta Carina. Der Stern mit der hundertfachen Sonnenmasse stößt bereits Materieringe ab. Eine Supernova steht kurz bevor. Dieser Überriese wird nach seiner kolossalen Explosion jedoch nicht zu einem Neutronenstern, sondern zu einem schwarzen Loch kollabieren. Supernovas sind das Lebenselixier unserer Galaxis. Ihre Trümmer und Schockwellen helfen neue Sterne wie unsere Sonne zu erschaffen. Ihre chemischen Elemente finden sich auf jedem Planeten und in jedem von uns. Unsere Galaxis, die Milchstraße, ist eine von 50 Milliarden Galaxien, die unser Universum bilden. Dieses Teleskop ist noch nicht gebaut und man weiß noch nicht, wo man es bauen wird. Aber wenn es eines Tages in Betrieb genommen werden sollte, wird es unseren Blick ins Universum revolutionieren. Bis dahin steht das leistungsfähigste Teleskop der Erde hier, auf einem Berggipfel in der Wüste Chiles, die vier Einheiten des Very Large Telescope. Man entschied sich für diesen Standort des VLT, um seine Leistung zu maximieren. Ideal für Observatorien ist eine trockene Luft hoch über den Wolken. Die Kanaren und die Inseln von Hawaii sind gute Standorte, weil die Ozeane die Atmosphäre stabilisieren. Je weniger Bewegung in der Luft, desto schärfer die Bilder. Ein anderer entscheidender Faktor ist die Dunkelheit. Observatorien werden deswegen möglichst weit entfernt von den künstlichen Lichtern und dem Dunst der Großstädte erbaut. Je heller unser Planet wird, desto seltener werden gute Standorte für Teleskope. Ein Teleskop funktioniert im Prinzip wie ein menschliches Auge. Das Licht eines Objektes tritt durch die Linse und wird auf der Retina fokussiert. Dann wird das Bild im Hirn verarbeitet. Er öffnet sich wie eine Blüte, der Primärspiegel eines Spiegelteleskops. Wie die Linse des Auges sammelt er das Licht. Der Spiegel bildet die Basis des Teleskops. Er sitzt auf einem komplexen Rahmen, der die Optiken präzise ausrichtet. Das Keck-Teleskop auf Hawaii. Der Primärspiegel besteht nicht aus einem Teil, sondern aus 32 hexagonen Einzelspiegeln. Zusammen formen sie einen 10-Meter-Spiegel. Aber wie funktioniert ein Teleskop? Licht aus dem Kosmos wird im Primärspiegel gesammelt und auf einen Sekundärspiegel geworfen, dann zurück durch ein Loch im Primärspiegel zum Brennpunkt hinter dem Spiegel. Dieser Primärfokus liegt immer hinter dem Primärspiegel. Wenn man die Lichtstrahlen kurz vor dem zweiten Erreichen des Hauptspiegels durch einen dritten Spiegel rechtwinklig aus dem Teleskop-Tubus ablenkt, bündeln sie sich seitlich des Teleskopes. Dieser Brennpunkt, der Nesmith-Fokus, liegt hier. Er erlaubt den Gebrauch schwerer und großer Zusatzinstrumente, ohne das Teleskop aus seiner Balance zu bringen. Die Fokusebene entspricht der Retina und der Ort, an dem die Bilder verarbeitet werden, entspricht unserem Gehirn. Ein großes, modernes Teleskop wie der Keckspiegel ist auf einer Leichtmetallkonstruktion montiert und lässt sich computergesteuert einfach und schnell bewegen. Ältere Teleskope wie dieses sind auf massiven Konstruktionen montiert. Auch das Anglo-Australian Observatorium ist unter einer riesigen Kuppel parallaktisch montiert. Der größte parallaktisch montierte Reflektor ist der 5-Meter-Spiegel des Heelteleskops unter einer mehrere tausend Tonnen wiegenden Kuppel auf dem Mount Palomar in Kalifornien. Leicht wirkt dagegen der doppelt so große Spiegel des modernen Keck-Teleskops. Das in der Nähe stehende Gemini-Observatorium verfügt über eine Kuppel, die sich rundum öffnet. Das beschleunigt den Ausgleich zwischen kalter und warmer Luft außen und innen. Atmosphärische Stabilität ist entscheidend für gute Himmelsbilder. Ein Problem, das das Hubble-Teleskop nicht hat. Sein 2,4 Meter Spiegel umkreist die Erde in 600 Kilometern Höhe. Von entsprechender Qualität sind die Bilder. Die fehlenden atmosphärischen Störungen machen die durchschnittliche Größe des Spiegels mehr als wett. Hubble wurde 1990 an Bord eines Space Shuttle in den Orbit geschossen. Während weiterer Shuttle-Missionen wurde Hubble gewartet, repariert und verbessert. Eine dieser Missionen war 2002. Das Rendezvous Hubble wird in die Cargo-Luke des Shuttle gezogen. Zuerst werden die Sonnensegel eingerollt. Sie müssen ersetzt werden. Die Astronauten bereiten die neuen Paneele vor. Sie sind effizienter als die alten, versorgen das Teleskop mit zusätzlicher Energie. Als nächstes wird eine fehlerhafte Energiekontrolleinheit ersetzt. Die alte Einheit wird herausgenommen. Das neue Ersatzteil. In Handarbeit wird es angeschlossen. Keine einfache Aufgabe mit diesen dicken Handschellen. Hubble liefert seine Bilder mit Instrumenten hinter dem Primärspiegel. Das Licht trifft auf den Primärspiegel, wird zum Zweitspiegel und von dort zurück durch eine Öffnung auf die Instrumente geworfen. Als nächstes muss die Faint-Object-Kamera entfernt werden. Sie soll durch die ACS, die Advanced Camera for Survey, ersetzt werden. Als nächstes wird ein defekter Kühler an einem Instrument mit dem Namen NICMOS ausgetauscht. NICMOS steht für Near-Infrared-Camera and Multi-Object-Spectrometer. Fertig. Nach Vollendung der Arbeiten wird Hubble in einen höheren Orbit gebracht. Und wieder ins All entlassen. Das sind die Bilder von NICMOS. Und das Bilder der ACS. Beide Instrumente zusammen lieferten dieses Bild junger Galaxien. Aber auch die erdgebundene Astronomie macht Fortschritte. Dieser 20-Tonnen-Spiegel ist einer von vieren für das VLT, das Very Large Telescope. 8,2 Meter Durchmesser, 17 Zentimeter dick, geschliffen und poliert auf 10 Nanometer genau. Jeder Spiegel wird von 150 Stützen getragen. Kleine, computerisierte Instrumente, die die optimale Wölbung des Spiegels erhalten. Die sogenannte aktive Optik korrigiert mit Hilfe intelligenter Computerverfahren kleinste Abweichungen des Spiegels bei der Nachführung. Ein anderes Problem ist die Ablenkung des Lichts durch Turbulenzen in der Atmosphäre. Das Ergebnis sind unscharfe Bilder. Aber auch hier wurde eine Lösung gefunden, die adaptive Optik. Sie erkennt Lichtstrahlen, die durch Turbulenzen abgelenkt wurden und gleicht dies durch Nachstellen des Zweitspiegels aus. Die Lichtstrahlen werden sozusagen geglättet, so als wäre die Luft über dem Teleskop absolut ruhig. Die Bilder des VLT sind gestochen scharf. Bisher war nur Hubble in der Lage, diese gestochen scharfen Bilder zu liefern. Zwei Bilder des selben Sterns, von Hubble und vom VLT. Dank der adaptiven Optik kann das VLT von der Erde aus Bilder wie aus dem All liefern. Die zwei Keck-Teleskope auf Hawaii sammeln das Licht in einen Brennpunkt, um so die Leistung eines größeren Spiegels zu erreichen. Beim VLT wird das Licht der vier großen Spiegel mit vier kleineren gesammelt. Zusammen erreicht man so die Leistung eines 16-Meter-Spiegels. Das Auge eines Riesen. Und das wird der Überriese. Das OWL, das Overwhelmingly Large Telescope. Ein Auge mit einem Durchmesser von 100 Metern. Das OWL ist ein internationales Projekt, das sich noch in der Planung befindet. So gewaltig, so ehrgeizig. Noch ist kein geeigneter Ort gefunden worden. OWL wird Planeten anderer Sterne sichtbar machen, so wie die Geburt frühester Galaxien. OWL ist für die Wissenschaft mindestens so bedeutend wie Galileos erstes Teleskop. Wie wird das Universum vermessen? Astronomen beschreiben es in Lichtjahren. Die Distanz, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Diese Galaxis, Andromeda, ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Ihr Licht braucht zweieinhalb Millionen Jahre bis zur Erde. Unsere Galaxis, die Milchstraße, hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. In einem Jahr reist Licht neuneinhalb Millionen Millionen Kilometer weit. Eine Entfernung, die nur sinnvoll in Lichtjahren auszudrücken ist. Unsere Sonne ist 30.000 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt. Ein kosmischer Maßstab ist der Durchmesser des Erdorbits um die Sonne, fast 300 Millionen Kilometer. Mithilfe dieser Zahl lässt sich die Distanz zu benachbarten Sternen messen. Weitere wichtige Faktoren sind ihre Farbe, ihre Masse, ihre absolute und ihre scheinbare Helligkeit. Der Blick auf einen benachbarten Stern im Januar. Während sich die Erde auf ihrem Orbit weiter bewegt, scheint sich der Stern in Relation zum Himmelshintergrund zu verschieben. Auf der anderen Seite des Erdorbits, also im Juli, ist diese Verschiebung deutlich messbar. Mit dem Grad der Verschiebung und dem Durchmesser des Erdorbits lässt sich mit Hilfe einfacher Trigonometrie die Entfernung des Sterns ermitteln. Mit dieser Methode der Sternparallaxe lassen sich die Entfernungen von Sternen bis zu mehreren hundert Lichtjahren bestimmen. Untauglich ist diese Methode jedoch für unsere gesamte Galaxis und die zahlreichen Sternhaufen. Ein Kugelsternhaufen zählt bis zu eine Million Sterne. Die Sternendichte ist bis zu tausendmal höher als in unserem Teil der Galaxis. Und es sind meistens alte Sterne. Die ältesten von ihnen, 10 bis 13 Milliarden Jahre alt, stammen aus einer Zeit, in der unsere Galaxis sich erst zu formen begann. Diese blauen Schleier sind Satellitengalaxien unserer Milchstraße. In der südlichen Hemisphäre sind sie mit bloßem Auge sichtbar. Die große und die kleine Magellansche Wolke. Beide sind reich an jungen, hellscheinenden Sternen. Das ist die große Magellansche Wolke, LMC. 1987 war hier eine Supernova zu beobachten. Die Explosion der Supernova ereignete sich vor 160.000 Jahren. Die LMC ist 160.000 Lichtjahre entfernt. Das Lichtecho der Supernova. Die kleine Magellansche Wolke ist weiter entfernt als die große. Beide sind Satellitengalaxien der Milchstraße. Weitere Satellitengalaxien sind die Galaxis IC 51552, die Zwerggalaxis Leo I und NGC 6822, ein weiterer Zwerg. Das größte Mitglied unserer lokalen Galaxiengruppe ist der Andromedanebel. Wie die Milchstraße ist er eine Spiralgalaxis, aber fast doppelt so groß. In einem Arm des Andromedanebels finden sich zahlreiche Zepheiden, veränderliche Sterne mit sehr hoher Leuchtkraft. Mit ihrer Hilfe lässt sich der Kosmos in den Weiten vermessen, die sich mit der Sternparallaxe nicht mehr bestimmen lassen. Die Helligkeit eines Zepheiden variiert. Dieser, klein und hell, pulsiert schnell. Dieser größer und noch heller pulsiert langsamer. Die periodische Veränderung steht in direkter Beziehung zur absoluten Leuchtkraft eines Zepheiden. Durch die Kalibrierung eines Zepheiden der lokalen Gruppe lässt sich die Entfernung anderer Zepheiden anhand ihrer Periodizität bestimmen. So ist M33, die Dreieckgalaxis, fast drei Millionen Lichtjahre entfernt. Noch tiefer in der Bildhauergruppe liegt NGC 55. Die Spiralgalaxis NGC 300, sechs bis acht Millionen Lichtjahre entfernt, ebenso wie die Silbermünzen-Galaxis NGC 253. Noch weiter entfernt ist die M81-Gruppe, etwa zwölf Millionen Lichtjahre. M81 interagiert mit der benachbarten M82, eine Galaxis voller Feuerstürme von Sterngeburten. Mithilfe von Zepheiden wurde die Entfernung von NGC 4945 auf fast 13 Millionen Lichtjahre bestimmt. Dahinter liegt Centaurus A, die größte Galaxis des Centaurushaufens. Im Centaurushaufen, 13 bis 15 Millionen Lichtjahre entfernt, findet sich auch die schöne Spiralgalaxis M83. Mehr als doppelt so weit entfernt liegt die kleine Galaxiengruppe Leo I, die Galaxis links im Bild interagiert mit den anderen. Und noch eine Interaktion zwischen zwei Galaxien, 37 Millionen Lichtjahre entfernt, die Whirlpool-Galaxis und ihr Begleiter. NGC 3198, 47 Millionen Lichtjahre entfernt. M91, eine Balkenspirale, 52 Millionen Lichtjahre entfernt. Im Vergleich dazu eine klassische Spirale M100. Nach 55 Millionen Lichtjahren erreicht man den Virgo-Haufen, das Zentrum des Virgo-Superhaufens, zu dem auch die Milchstraße zählt. Hier liegt die elliptische Galaxis M60 und die gigantische elliptische Galaxis M87 mit 50 Mal mehr Sternen als unsere Galaxis. Noch tiefer im All, 60 Millionen Lichtjahre entfernt, die Fornax-Gruppe mit dieser Balkenspiral-Galaxis. Jenseits dieser Galaxis, 98 Millionen Lichtjahre entfernt, sind die Cepheiden nicht mehr zu erkennen. Von hier an braucht man eine andere Messlatte. Ein Stern explodiert in einer Galaxis, deren Entfernung durch Cepheiden-Messung bestimmt werden konnte. Das gleiche hier. Beide Galaxien sind 39 Millionen Lichtjahre entfernt. Es waren Supernovas vom Typ 1a. Eine neue Maßeinheit war gefunden. Ein weißer Zwerg, der Materie von einem roten Riesen abzieht, explodiert, wenn er die 1,4-fache Sonnenmasse erreicht, mit einer absoluten Standardhelligkeit. Diese Helligkeit einer 1a-Supernova lässt sich mit einer Cepheiden-Messung kalibrieren. Mit dieser Methode ließ sich die Entfernung des Hydra-Zentaurus-Superhaufens auf 150 bis 160 Millionen Lichtjahre bestimmen. Der Koma-Haufen 320 Millionen Lichtjahre entfernt und der Herkules-Haufen 500 Millionen Lichtjahre entfernt. Das Mount-Wilson-Teleskop in Kalifornien war einst das größte der Welt. Hier machte der Amerikaner Edwin Hubble beim Studium von Galaxien in den späten 20er Jahren eine grundlegende Entdeckung. Er beobachtete eine Rotverschiebung im Spektrum der Galaxien. Und es schien, je schwächer eine Galaxie leuchtete, je weiter sie also vermutlich entfernt war, desto größer war die Rotverschiebung. Das bedeutete für Hubble, dass das Universum expandiert. Nicht die Galaxien expandieren, es ist der Raum, der expandiert und die Galaxien mitzieht. Mit der Ausdehnung des Raums wird das Licht der Galaxien zum roten Ende des Spektrums verschoben. Je weiter die Galaxien entfernt, desto größer die Rotverschiebung, der Hubble-Effekt. Die Entfernungen von Galaxien jenseits einer Milliarde Lichtjahre lassen sich mit der Rotverschiebung bestimmen. Dieser Galaxienhaufen ist 1,4 Milliarden Lichtjahre entfernt. Dieser 2,2 Milliarden. Und dieser etwa 5 Milliarden. Diese Aufnahme des Hubble Space Teleskops zeigt einen Galaxienhaufen in 9 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Von der Erde aus gesehen, entspricht dieser Fleck des Himmels einem Zehntel der Größe des Mondes. Ein Zoom durch Raum und Zeit, keine Computeranimation, sondern Bilder des Hubble Ultra Deep Field. Je tiefer der Blick ins All, desto weiter zurück reicht er in die Zeit. In diesem Abschnitt entdeckte Hubble 10.000 Galaxien. Die entferntesten 13 Milliarden Lichtjahre weg. Die Kinderstube des Universums. Ihr Alter und ihre Entfernung wurden durch Rotverschiebung bestimmt. Eine Röntgenkarte des Kosmos. Wellenlängen, die die optische Astronomie nicht erfassen kann. Die Röntgenastronomie enthüllt die heißen Orte des Universums. Gase im Umfeld supergroßer schwarzer Löcher, kollidierende Galaxien, Supernovas und stellare Feuerstürme. Das optische Bild einer Supernova. Das Röntgenbild, auf dem die expandierende Gashülle deutlicher zu sehen ist. Optisch betrachtet eine scheinbar normale Galaxis. Röntgenaufnahmen hingegen zeigen eine gigantische Explosion. Die Galaxis Centaurus A. Erst das Röntgenbild zeigt zwei aufeinanderstoßende Galaxien. Stevens Quintet. Eine Gruppe von fünf interagierenden Galaxien. Das Röntgenbild zeigt blaue Materieströmungen als Folge des gegenseitigen Aufeinanderwirkens. Sichtbares optisches Licht setzt sich aus Wellenlängen zusammen, die unser Auge sehen kann. Das sichtbare Licht setzt sich aus sieben Regenbogenfarben zusammen. Die kürzeste Wellenlänge ist Violett, die längste, sichtbare, Rot. Aber das optische Licht ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem gesamten Wellenspektrum. Links, jenseits von Violett, liegt die Ultraviolettstrahlung. Noch weiter links die Röntgenstrahlen und die sehr kurzwelligen Gammastrahlen. Rechts vom Rot liegen der Infrarotbereich und die langen Radiowellen. Das menschliche Auge sieht nur einen kleinen Ausschnitt aus der gesamten Bandbreite der Strahlen. Das optische Bild der Galaxis M51. M51 im Radiowellenbereich, unsichtbares, sichtbar gemacht. M51 im Infrarotbereich zeigt kalte Wolken aus Gas und Staub. Die Ultraviolettstrahlung macht heiße, junge Sterne sichtbar. Und schließlich ein Röntgenbild, das die heißesten Gase in M51 hervorhebt. Rauchpartikel reflektieren und lenken Laserstrahlen ab. Ähnliche Probleme hat die Astronomie des nicht sichtbaren Bereiches mit der Erdatmosphäre. Staub und Feuchtigkeit lenken die Strahlung ab. Optische Teleskope werden auf Bergkipfeln erbaut, um die atmosphärischen Beeinträchtigungen zu minimieren. Das gleiche gilt für Infrarotteleskope. Oberhalb der Wolken gibt es kaum Wasserdampf, der die Infrarotstrahlung absorbiert. Nur die Strahlung des sichtbaren Lichtes und Radiowellen dringen in tiefere Regionen vor. Die meisten anderen elektromagnetischen Wellen werden durch die Atmosphäre reflektiert oder absorbiert. Sie können nur im All registriert werden. Die langen Radiowellen dringen jedoch bis zur Erdoberfläche vor. Sie werden mit großen Radiospiegeln, wie hier in Parks Australien oder einem Netzwerk kleiner Antennen, aufgefangen. In New Mexico steht das America's Very Large Array. Durch die Apertursynthese haben die 27 großen Antennen einen gemeinsamen Fokus. Das Radiobild von den Überresten der Tycho-Supernova. Und hier Radiogalaxien. Die Jets deuten auf supergroße schwarze Löcher im Zentrum der Galaxien. Ein optisches Bild des Crab-Nebels, Überreste einer Sternexplosion. Der superdichte Kern, ein Pulsar, wird erst auf dem Radiobild sichtbar. Das optische Bild einer Gruppe scheinbar normaler Galaxien. Das Radiobild zeigt jedoch, wie Materieströme zwischen den einzelnen Galaxien fließen. Die elliptische Galaxis M84. Erst das Radiobild enthüllt die Jets eines supermassiven schwarzen Lochs. Eine weitere elliptische Galaxis, NGC 1316. Radiobilder enthüllen große Gasblasen auf beiden Seiten. Zur Infrarot-Astronomie. Spitzer, das kälteste Teleskop im All. Weit genug von der Infrarotstrahlung der Erde entfernt und geschützt vor der Sonne, ist Spitzer auf minus 270 Grad Celsius heruntergekühlt. Die Infrarot-Astronomie untersucht vor allem dichte Staubwolken und die kälteren Orte des Universums. Spitzer scannt eine Wolke in verschiedenen Infrarotwellenlängen. Neugeborene Sterne werden sichtbar. Ein Sternenpaar. Optisch scheint ein Stern heller als der andere. Die Infrarot-Aufnahmen zeigen den Grund. Einer der beiden Sterne ist vermutlich von einer planetarischen Scheibe umgeben. Hier wieder zuerst eine optische Aufnahme, dann eine Infrarot-Aufnahme. Die Wolke wird durchsichtig. Flammen von Gas schießen aus einem neugeborenen Stern. Der Tarantula-Nebel. Die Infrarot-Aufnahmen enthüllen ihn als brodelnde Suppe, in der Sterne geboren werden. Das optische Bild der Galaxis M81. Die Infrarot-Aufnahmen heben die Spiralarme der Galaxis hervor. Die hellen Flecken, langwelliges Infrarot, zeigen Orte, an denen sich Riesensterne bilden. Ein Teil des Sonnenlichts ist die sonnenbrandverursachende Ultraviolett-Strahlung. Aber nur ein Bruchteil der UV-Strahlung dringt durch die Atmosphäre. Die sehr kurzwellige UV-Strahlung kann nur aus dem All aufgezeichnet werden, zum Beispiel von der Sonde Soho. Das ist eine Ultraviolett-Aufnahme der brodelnden Sonnenatmosphäre, der Corona. Und das, im extrem kurzwelligen UV-Bereich, die heiße, obere Schicht der Corona. Eine andere Sonde, die den Kosmos im UV-Bereich abbildet, ist Galex. Bei jedem Orbit um die Erde scannt Galex ein Achtel des Himmels. Ein optisches Bild der Galaxis Centaurus A. UV-Aufnahmen von Galex zeigen große Emissionen junger, heißer Sterne. Die Andromeda-Galaxis. UV-Aufnahmen von Galex zeigen, wo Sterne geboren werden. Das gleiche hier, eine Galaxis in der Bildhauergruppe. Chandra ist das beste Observatorium, über das die Röntgenastronomie derzeit verfügt. Von normalen Spiegeln werden Röntgenstrahlen einfach absorbiert. Chandras Spiegel sind konzentrische Tonnen, die die flach einfallenden Röntgenstrahlen reflektieren und in einem elektronischen Detektor fokussieren. Nach einer Supernova. Chandra registriert Wellen aus expandierendem Gas, die im Röntgenbereich hell leuchten. Cassiopeia A nach einer Supernova. Die Galaxis M82. Röntgenaufnahmen zeigen explodierende Sterne, Neutronensterne und schwarze Löcher. Antenne, zwei kollidierende Galaxien. Optische Aufnahmen zeigen Feuerstürme von Sterngeburten. Die Röntgenaufnahmen enthüllen einen Mahlstrom aus explodierenden Sternen, Neutronensternen, schwarzen Löchern und 100 Millionen Grad heißen Gasen. Perseus A, eine Galaxis mit einem schwarzen Loch. Entdeckt wurde es durch Röntgenaufnahmen, die diesen weißen Fleck im Zentrum zeigen. Diese Wellen sind eine Folge von Materie, die in der Nähe des schwarzen Lochs austritt. Das Universum im optischen Licht. Und das ist der Kosmos im Gammastrahlenbereich. Die gewaltigsten Explosionen im Universum werden auf diesen Satellitenaufnahmen sichtbar. Durchschnittlich ist pro Tag ein Gamma-Burster am Himmel zu beobachten. Ursache ist vermutlich eine Hypernova, ein sterbender, supermassiver Überriese. Sein Kern kollabiert zu einem schwarzen Loch, während energiereiche Jets aus der Akkretionsscheibe herausgeschleudert werden. Sie schießen durch die stellare Oberfläche. Bis ein supermassives schwarzes Loch im Inneren alles beendet. Ein Gamma-Burster. Der Blitz leuchtet so hell wie Millionen Trillionen Sonnen und ist nur im Gammastrahlenbereich zu sehen. Der energiereichsten Strahlung im elektromagnetischen Spektrum. Ein Doppelsternsystem. Ein blauer Überriese und sein hungriger Begleiter ein schwarzes Loch. Unentwegt wird dem hilflosen Riesen Materie entzogen. Das schwarze Loch, ein Objekt, das zu einer Dichte kollabiert ist, dessen Schwerkraft nichts entkommt, nicht einmal Licht. Materie des Riesen wird in die Akkretionsscheibe aufgesaugt. Übertritt sie von hier den Ereignishorizont, ist sie für immer gefangen. Nachdem ein Überriese seine Wasserstoffvorräte verbrannt hat, beginnt er im Kern immer schwerere Elemente zu verschmelzen. Am Ende dieses Prozesses bleibt ein Kern aus solidem Eisen. Der Kern kollabiert. Es kommt zu einer Supernova. Die äußeren Hüllen des Sterns werden abgesprengt. Der Kern verdichtet sich noch mehr. Der Kern kollabiert jedoch nur dann zu einem schwarzen Loch, wenn der ursprüngliche Eisenkern mehr als drei Sonnenmassen hatte. Ein schwarzes Loch nachzuweisen ist schwierig, weil es unsichtbar ist und einen Durchmesser von nur wenigen Kilometern hat. Leichter ist es, in einem engen Doppelsternsystem auszumachen. Hier zeigen sich oft Jets, die senkrecht aus der Akkretionsscheibe aufsteigen. Jets sind Materieströme, die kurz vor Übertreten des Ereignishorizonts durch Schockwellen ins All entweichen. Die Bewegungen des Begleitsterns erlauben Rückschlüsse auf die Größe eines schwarzen Lochs. Die meisten verfügen über rund zehn Sonnenmassen. Im Zentrum der Milchstraße und vieler anderer Galaxien existieren vermutlich jedoch supermassive schwarze Löcher. Das Zentrum der Milchstraße liegt hinter Sternwolken und dunklen Nebeln verborgen. Röntgenaufnahmen enthüllen dort hunderte weißer Zwerge, Neutronensterne und schwarze Löcher. Und zwei weite Lappen lassen ein supermassives schwarzes Loch im Zentrum vermuten. Und so könnte es aussehen. Flares schießen dutzende Lichtjahre weit ins All, während immer mehr Materie von der Akkretionsscheibe aufgesaugt wird. Astronomen vermuten, dass das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße über drei Millionen Sonnenmassen verfügt. Auch im Zentrum unserer Nachbargalaxis Andromeda wird ein schwarzes Loch vermutet. Und dieses Monster, vielleicht sind es auch zwei, könnte sogar über 70 Millionen Sonnenmassen verfügen. Der helle Fleck ist ein Hinweis auf das schwarze Loch. Näher betrachtet zeigen sich zwei. Hat Andromeda eine kleine Galaxis verschluckt? Eine seltsame Galaxis, Zentraurus A. Sie wird von einem dunklen Staubstreifen durchzogen. Astronomen vermuten die Ursache dafür in einer gigantischen Kollision zwischen einer Spiralgalaxis und der ursprünglichen sphärischen Galaxis. Das optische Bild gibt keinen Hinweis auf ein schwarzes Loch. Aber Radiobilder zeigen weite Lappen im Zentrum. Röntgenbilder lassen noch weitere Strukturen erkennen, so wie diesen blauen Jet, viele Millionen Grad heiße Materie, die aus dem Umkreis eines übergroßen schwarzen Lochs ins All schießt. Eine Animation zeigt, was dort passiert. Der Jet ist Materie, die sich kurz vor dem Abgrund rettet, während die Materie in der hellen Akkretionsscheibe zum Untergang im schwarzen Loch verurteilt ist. Das schwarze Loch in Zentraurus A. hat vermutlich eine Größe von 200 Millionen Sonnenmassen. Das Zentrum der Galaxis NGC 4945. Auch hier ein schwarzes Loch, eineinhalb Millionen Sonnenmassen groß. Das schwarze Loch in der Galaxis M106 verfügt über 40 Millionen Sonnenmassen. Und diese Galaxis hat ein supermassives schwarzes Loch, eine Milliarde Sonnenmassen. Ein anderes schwarzes Loch in der Sombrero-Galaxis misst 700 Millionen Sonnenmassen. Galaxien wachsen durch Verschmelzen, ebenso schwarze Löcher. Die Antenne-Galaxien sind ein Beispiel für ein solches kosmisches Zusammenwachsen. Die Vereinigung der Galaxien hat im Zentrum einen gewaltigen Feuersturm aus Sterngeburten entzündet. Ein Mahlstrom aus explodierenden Sternen, Neutronensternen, heißen Gasen, schwarzen Löchern. Die Animation einer anderen galaktischen Kollision, die zwei Mäusegalaxien. Hier das optische Bild. Hier wieder die Animation. Durch die Kollision wird sich vermutlich ein System aus zwei schwarzen Löchern bilden. Die schwarzen Löcher werden jedoch nicht sofort miteinander verschmelzen, sondern hunderte Millionen Jahre umeinander kreisen. Kommt es dann zu einer Vereinigung, bildet sich ein supermassives schwarzes Loch, das Schockwellen im Gewebe der Raumzeit auslöst. Aktive Galaxien signalisieren die Existenz von supermassiven schwarzen Löchern. Hier Jets, die aus einer Akkretionsscheibe um ein supermassives schwarzes Loch in M84 herausschießen. Das optische Bild eines anderen Beispiels in Virgo A M87. Aufnahmen mit anderen Wellenlängen zeigen vor allem in der Orangenregion eine intensive Radiostrahlung. Ein schmaler Jet schießt aus dem Zentrum ins All. Das Radiobild zeigt einen Strom hoch energetischer Elektronen. Röntgenaufnahmen zeigen Taschen aus heißem Plasma. Die Animation zeigt, es ist Materie in der Akkretionsscheibe, die in das schwarze Loch wirbelt. Mit der Größe von drei Milliarden Sonnenmassen verschlingt das Monster in M87 stündlich das Äquivalent mehrerer Erdenmassen. Seiferts sind aktive Galaxien mit hellleuchtenden Kernen. Das ist Seifert NGC 4151. Die Energie stammt von der Akkretionsscheibe um ein supermassives schwarzes Loch. NGC 1316. Die orange-roten Bereiche im Radiobild deuten auf ein supermassives schwarzes Loch. Das gleiche gilt für drei C31 mit Jets von Radioemissionen. Hier rot. Die Radiogalaxis Perseus A. Der weiße Fleck im Zentrum ist die Akkretionsscheibe eines supermassiven schwarzen Lochs. Die Jets blasen Hohlräume in das Umfeld aus heißen Gasen. Materie wirbelt zum Ereignishorizont. Schockwellen aus dem Zentrum des Wirbels schleudern Teile der Materie im rechten Winkel aus der Scheibe. Diese Jets erzeugen die Hohlräume. Auf den Röntgenbildern von Perseus A. sind sie deutlich zu erkennen. Zwei Radiogalaxien. Die Quellen ihrer Emissionen sind supermassive schwarze Löcher. Eine andere Radiogalaxie, Cygnus A. Jets, die nahezu mit Lichtgeschwindigkeit aus ihrem Zentrum schießen, erzeugen diese Lappen. Diese Emissionen sind Belege für die Aktivität supermassiver schwarzer Löcher. Die energetischsten schwarzen Löcher sitzen im Zentrum von Quasaren. Quasare sind die hell leuchtenden Kerne sonst normaler Galaxien. Das Radiobild desselben Quasars. Zwei Milliarden Lichtjahre entfernt. Der Jet schießt 150.000 Lichtjahre weit ins All. Das eingefärbte optische Bild des Quasars 3C273. Im Zentrum des Quasars ein supermassives schwarzes Loch mit mehreren Milliarden Sonnenmassen. Sein Ereignishorizont so weit wie unser Sonnensystem. Quasare sind die hellsten Objekte des Universums. Schwarze Löcher mit 10 Milliarden Sonnenmassen versorgen die größten unter ihnen mit Energie. Bilder von Quasaren vom Hubble Space Teleskop. Die Leuchtkraft der Quasare lassen die sie umgebende Galaxie verblassen. Die schwarzen Löcher der Quasare sind extrem gefräßig. Sie verschlingen stündlich das Äquivalent von 40 Erdenmassen. Was also sind Quasaren? Vermutlich erhalten sie ihre extreme Leuchtkraft von den Akkretionsscheiben supermassiver schwarzer Löcher, die Gase, Staub und ganze Sterne verschlingen. Unser Kosmos. Alles, was wir kennen, existiert innerhalb unseres Universums. Und dennoch könnte es nur ein Tropfen in der Unendlichkeit sein. Diese Unendlichkeit könnte ein Spinnweben aus Paralleluniversen sein. Dort existieren Zeit und Raum wie bei uns, nur die Materie könnte eine andere sein. Eine Idee, die unter Physikern immer mehr Anhänger findet. Sie gehen schon heute davon aus, dass anstatt vier, elf Dimensionen existieren. In diesem Rahmen ist die Vorstellung, dass ein Universum aus einem anderen hervorgeht oder endlos viele Universen nebeneinander existieren, nicht so abwegig. Solange diese Theorien jedoch nicht belegt sind, bleiben sie Science-Fiction. Eine andere Theorie geht davon aus, dass einzelne Universen wie Blasen frei in einem Superraum schweben. Wenn zwei Blasen sich berühren, kommt es zu einer kataklysmischen Explosion, zum Big Bang. Ein neues Universum wird geboren. Unseres war also vielleicht nicht das erste und einzige. Bisher jedoch gilt der Urknall als der Beginn von allem. Vor 14 Milliarden Jahren hatten Raum und Zeit ihren Anfang. Ebenso Strahlung und Materie. Aus subatomaren Teilchen bildeten sich Protonen und Neutronen, dann Atomkerne und die ersten Elemente. Elektronen, hier blau, wurden auf engere Orbits um die Atomkerne gefangen. Atome entstanden. 77% davon waren Wasserstoff, 23% Helium, dazu Spuren von Deuterium und Lithium. Nachdem die Elektronen in Atomen gefangen waren, blockierten sie nicht länger die Bahnen der lichttragenden Photonen. Das Universum wurde transparent. Das war 350.000 Jahre nach dem Urknall. Die Strahlung, die dabei freigesetzt wurde, ist heute noch messbar. Die Farben markieren minimale Temperaturunterschiede, Hinweise auf das früheste Verklumpen von Materie. Das Universum nahm Gestalt an. Schwerkraft verursachte die Haufenbildung von Galaxien und zwischen den Haufen weiter und weiter expandierender Raum. Materie verdichtete und erhitzte sich. Sterne wurden geboren. Das Universum war 200 Millionen Jahre alt. Hunderte Millionen Jahre später hatten sich die Galaxien so geformt und leuchteten so wie heute. Das schwerste Element im jungen Universum war Lithium. Erst als sich große Sterne formten, wurden Elemente wie Eisen gebildet. Durch Supernovas wurden die schweren Elemente, die sich im Kern eines sterbenden Riesen gebildet hatten, ins All gesprengt. Bei diesen Explosionen bildeten sich noch schwerere Elemente wie Uran. So wurden die 92 natürlichen Elemente durch Supernovas im All verteilt. Die meiste Materie auf unserer Erde stammt nicht vom Big Bang, sondern von Riesensternen. Die Luft, die wir atmen. Das Wasser in den Ozeanen. Bäume, Pflanzen und alle Tiere. Das Gesicht der Erde, Berge, Felsen, Canyons. Metalle für die Fabrikation. Alles um uns herum besteht aus Materie. Materie, die aus Atomen aufgebaut ist. Aber es gibt vermutlich noch eine andere Materie. Nur 4% des Universums besteht aus der Materie, die wir sehen. Der Rest, 96%, ist unsichtbar. 73% des Universums sind eine mysteriöse, dunkle Energie. 23% sogenannte dunkle Materie. Im frühen Universum, so glauben Kosmologen heute, war die dunkle Materie von entscheidender Bedeutung. Sie machte die Schwerkraft aus und beeinflusste so die Struktur und Haufenbildung der Galaxien. Die dunkle Materie ließ Galaxien entstehen, dann Galaxienhaufen und am Ende die Superhaufen, so vermutet man heute. Aber gibt es Belege für die Existenz der dunklen Materie? Sie ist unsichtbar, also lässt sie sich nur durch Schwerkraft nachweisen. Dunkle Materie könnte diese Galaxis beeinflussen. Ist sie der Grund, dass sich der äußere Teil schneller dreht, als sichtbare Materie verursachen könnte? Dunkle Materie beeinflusst vermutlich alle Galaxien. Dunkle Materie ist nicht zu verwechseln mit dunklen Stellen, verursacht durch dunkle Staubwolken aus herkömmlicher Materie. Wirkliche dunkle Materie hat eine kraftvolle Präsenz, die an jedem Stern in der Galaxis zerrt. Auf ihrem tausende Jahre währenden Orbit um das Zentrum der Galaxis oszillieren die Sterne leicht. Ihre Auf- und Abbewegungen werden durch dunkle Materie verursacht. Studien haben gezeigt, im All gibt es wesentlich mehr Masse als die, die sichtbar ist. Manche Ablenkungen werden durch dunklen interstellaren Staub und kosmische Schlacken wie weiße Zwerge, Neutronensterne oder schwarze Löcher verursacht. Aber dunkle Materie ist wesentlich stärker. In Galaxienhaufen drehen sich die Galaxien dicht umeinander. Dieses Verhalten ist nur durch die unsichtbare Masse dunkler Materie erklärbar. Auch die Tatsache, dass Galaxienhaufen seit Urzeiten des Universums stabile Strukturen sind, ist nur durch den Einfluss dunkler Materie erklärbar. Der große Physiker Albert Einstein demonstrierte als erster, dass sich Licht krümmen lässt. Seine allgemeine Relativitätstheorie belegte, dass massereiche Objekte wie unsere Sonne die Raumzeit krümmen und Licht ablenken. Ein massereiches Objekt, selbst unsichtbar, wirkt als Gravitationslinse. Ein unsichtbares schwarzes Loch krümmt Lichtstrahlen. Eine Galaxis mit sehr viel dunkler Materie könnte den gleichen Effekt ausüben. Das Licht einer weit entfernten Galaxis auf dem Weg zur Erde. Ein riesiger Galaxienhaufen auf seinem Weg wirkt als Gravitationslinse. Das Licht der Galaxis wird vergrößert, aufgehellt und abgelenkt. Je größer der Galaxienhaufen ist, desto deutlicher sind die Effekte für einen Beobachter auf der Erde. Wegen der ungleichen Verteilung der Materie im Galaxienhaufen wird das Licht des entfernten Objektes verschmiert und in Bögen abgelenkt. Anhand dieser Bögen bestimmen Wissenschaftler die Masse und Verteilung der dunklen Materie in einem Galaxienhaufen. Auch wenn ihre Auswirkungen klar sichtbar sind, bleibt die Natur der dunklen Materie ein Rätsel. Ein anderer Effekt der Gravitationslinsen sind Mehrfachbilder. Eines der spektakulärsten ist der sogenannte Einstein-Ring, eine Galaxis im Zentrum, eingerahmt von vier Bildern einer anderen. Das Licht eines Quasars in einer entfernten Galaxis wird durch eine davorliegende Galaxis mit einem supermassiven schwarzen Loch in ihrem Zentrum abgelenkt. Das Licht des Quasars wird gekrümmt und vervielfacht. Von der Erde sieht man das Mehrfachbild des Quasars mit der Galaxis, die als Gravitationslinse wirkt, im Zentrum. Die dunkle Materie und die Masse der gesamten Materie, die kritische Dichte, sind entscheidend für das weitere Schicksal des Universums. Da der Raum gekrümmt ist, gibt es drei Möglichkeiten. Das geschlossene Universum, die Schwerkraft der Materie reicht aus, die Expansion des Kosmos zu einem Halt zu bringen. Der Big Crunch, das heißt die Expansion, wandelt sich in eine Kontraktion und das Universum würde enden, wie es einmal angefangen hat. Die zweite Möglichkeit ist ein flaches Universum, in dem der Raum eine Krümmung von Null hat. In dieser Theorie entspricht die gesamte Materie der kritischen Dichte. Das heißt, das Universum hat keine Grenzen und wird sich ewig ausdehnen. Aber die Expansion wird immer langsamer und nach unendlicher Zeit wird sie stoppen. Aber Unendlichkeit hat per Definition kein Ende. Die dritte Theorie, die wahrscheinlichste, geht von einer offenen Sattelform aus, in dem die gesamte Materie weniger als die kritische Dichte ist. Das Universum dehnt sich ewig aus und die Expansion beschleunigt wegen der dunklen Energie, einer der Gravitation entgegenwirkenden Kraft. Die Strahlenkarte des jüngeren Universums scheint zu bestätigen, dass 73% des Kosmos dunkle Energie sind, dunkle Materie 23% und Materie nur 4%. Was also bringt die Zukunft? In den nächsten 100 Trillionen Jahren werden immer wieder neue Sterne geboren. Aber die unaufhaltbare Expansion bedeutet, dass unser Kosmos immer kälter, dunkler und einsamer werden wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017